Anatomie wird oft als Wiege oder Ursprung der Medizin bezeichnet. Und ich denke, so kann es heute nur ein gutes Omen sein, wenn wir hier in diesen ehrwürdigen Hallen der Anatomie von Innsbruck unsere erste Veranstaltung der Netzwerkstatt Notfallmedizin Tirol starten können. Herzlich willkommen von meiner Seite aus. Mein Name ist Markus Dahler. Ich bin Anästhesist an der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin hier am Krankenhaus Innsbruck und durfte vor fünf Monaten den Bereich der Notfallmedizin von Herrn Professor Michael Bawini übernehmen, der mir gerade berichtet hat, dass er 1976 hier in diesem Hörsaal seine Anatomievorlesungen gestartet hat, genau in dem Jahr, wo ich dann geboren wurde. Gut, ein paar organisatorische Dinge. Als allererstes jeder, der sich heute hier angemeldet hat, bekommt die nächsten Tage eine Teilnehmerliste, eine Teilnehmerbestätigung zugeschickt. Die Anwesenden im Hörsaal, bitte alle unterschreiben, die Anwesenden, Hallo zu Hause vor den Bildschirmen, die bekommen praktisch jetzt zweimalig ein Passwort eingebendet und über dieses Passwort, welches Sie dann in diese Google-Vorlage eingeben, bekommen Sie dann elektronisch, auf elektronischem Weg eben eine Teilnehmerbestätigung zugesendet. Das erste Passwort Netzwerk. Ich wiederhole es nochmal, das erste Passwort Netzwerk. Die Online-Teilnehmer können jederzeit Fragen stellen. Sie werden von unserem Technikteam zusammengefasst und am Ende jedes Vortrages werden wir dann auch die Online-Fragen gemeinsam durchgehen. Und eines, was ich auch noch sagen wollte, ich werde heute euch alle mit Du ansprechen. Ich denke einfach nicht aus Unhöflichkeit oder aus Respektlosigkeit, sondern ich glaube, für alle von uns ist es wichtig, die wir Notfallmedizin betreiben, die wir kritische Patienten behandeln, dass wir unser Tun als Teamwork verstehen. Und ich glaube, in einem Team, speziell wenn es sich in einer kritischen Situation befindet, ist es ganz wichtig, dass wir Hierarchien möglichst flach halten. Und deswegen darf ich euch heute das Duo anbieten und hoffe, dass ihr alle damit einverstanden seid. Ganz auswendig schaffe ich es nicht. Ist doch ein bisschen viel. Es sind nämlich einige Jahreszahlen, die ich heute noch bringen möchte. 1956 im Kühtei, es war am 14. März, hat es extrem geschneit und eine schwerstverletzte Skifahrerin war zu versorgen und diese Patientin wurde dann mit einer Piper-Maschine vom Bundesministerium direkt vom Flughafen Innsbruck an die Klinik dann geflogen oder ist vom Flughafen hinein ins Kühtei gestartet und wurde an die Klinik dann geflogen. Das gilt als die erste Luftrettung im alpinen Raum in Österreich. 1975 wurde dann das erste Mal ein Notarztwagen in den Probebetrieb genommen. 1983 der Christophos I am Innsbrucker Flughafen stationiert und war damit einer der ersten Notarzt, oder überhaupt der erste Notarzthubschrauber in Österreich. Weitergegangen ist es dann mit 1985, als dann durch die Klinik für Anästhesie der Notarztwagen in den Dienst gestellt wurde und mittlerweile im Jahr 2000 wurde dann das NEF Innsbruck, Innsbruck Land, implementiert und rundherum sind auch in dieser Zeit viele, 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 sehr viele andere Notarzt-Stützpunkte und Hubschrauber-Stützpunkte im Land Tirol entstanden. Eng verknüpft mit diesen Meilensteinen und größtenteils Takt angehend auch in der Notfallmedizin war und ist nach wie vor die Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin und es freut mich daher ganz besonders, dass ich unsere neue Klinikdirektorin heute vorstellen darf, Frau Professor Barbara Sinner, die ich jetzt gerne um ein paar begrüßende Worte bitten darf. Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, damit ich niemanden vergesse vor allen Dingen. Ich darf Sie ganz herzlich, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, begrüßen hier. Ich darf ganz herzlich den Herrn Schindler begrüßen als ärztlicher Leiter Rettungsdienst, lieber Markus, den Professor Baubin. Ich darf den Dr. Kastner begrüßen als Leiter der Ärztekammer hier in Tirol. Ich darf Sie alle begrüßen, alle Studierenden, alle Kolleginnen und Kollegen und alle Gäste, die heute hier sind. Ganz herzlich willkommen und ich darf Sie zur Netzwerkstatt Notfallmedizin hier in Innsbruck begrüßen. Wir haben jetzt zwei Jahre Pandemie hinter uns, zwei Jahre, in denen wir nicht nur Negatives gemacht haben, sondern auch Positives. Wir können nämlich online solche Veranstaltungen auch verfolgen. Das ist vielleicht was ganz Positives. Das hätten wir nicht so schnell bekommen, wenn man nicht eine Pandemie gehabt hätte. Deswegen auch ganz herzlich willkommen an den Bildschirmen zu Hause, was auch immer Sie parallel dazu machen. Ich habe hier in der Klinik und auch in meiner alten Klinik ganz oft den Satz gehört und dann kam Corona dazwischen. Und Corona hat uns in vielen Dingen zwei Jahre gekostet. Und wir haben nicht nur die Nase voll, sondern wir wollen auch mal wieder nach vorne schauen und neue Projekte anpacken. Und das machen wir auch heute hier mit der Netzwerkstatt Notfallmedizin. Und die Notfallmedizin ist hier in Innsbruck ein richtig wichtiges Thema. Wir haben hier, wie ich gesehen habe, über 19.000 in Tirol, über 19.000 Notarzteinsätze. Davon sind 20 Prozent unfallchirurgisch, also über 3.500 Notarzteinsätze. Und deswegen ist es ganz wichtiges Anliegen, dass wir hier die Qualität der Patientenversorgung vielleicht irgendwie verbessern. Die Frage ist nicht nur das Wie, sondern auch, wie wir das am besten machen können. Und da hat Herr Professor Arora heute zusammen mit seinem Oberarzt die schwere Aufgabe, uns nahezubringen, ob das Thema Traumaregister und Teilnahme im Traumaregister die Versorgung der Patienten hier verbessert. Und im zweiten Teil wird dann der Dr. Armin Größbacher aus meiner Klinik darüber sprechen, ob eine strukturierte Patientenübergabe nicht nur innerhalb des Rettungsdienstes, sondern auch innerhalb der Klinik eine ganz wichtige Aufgabe im Zusammenhang mit der Verbesserung der Patientenversorgung einnimmt. Und deswegen möchte ich mich zunächst schon gleich mal bei allen Vortragenden ganz herzlich bedanken, dass Sie das übernommen haben, heute hier, und auch bei den Organisatoren für die tolle Organisation und wünsche uns allen einen wunderschönen, interessanten, spannenden Abend. Vielen Dank. Ja, nach der ganzen Implementation von den vielen Rettungs- und Notarztstützpunkten ist es im Jahr 2009 weitergegangen, dass das Tiroler Rettungsdienstgesetz verabschiedet wurde und dort als weiterer Meilenstein von der Landesregierung im Jahr 2010 dann der ärztliche Leiter Rettungsdienst des Landes Tirol implementiert wurde. Und ich darf nun den Adi Schienerl als ärztlichen Leiter um seine Worte bitten und danke für dein Kommen, Adi. Ja, danke, Markus. Allen ein herzliches Grüß Gott. Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, ich sehe meine Aufgabe wirklich auch darin, dass man möglichst alle jene Player, Mitarbeiter, Organisationen, die in der Notfallrettung zusammenarbeiten sollen, dass man die immer an einen Tisch holt. Und für mich auch ganz wichtig, der wissenschaftlich-fachliche Lead, den ich in Tirol einfach in der Universitätsklinik sehe. Und ich bin sehr froh, liebe Frau Professor, lieber Herr Professor, dass es wirklich wieder, wie in der Vergangenheit auch, dass auch von eurer Seite dieser Input kommt. Und die Klinik ist einfach unser starker wissenschaftlicher Partner. War es immer schon so. Ich lese da Igni. Ich möchte auch ganz darauf hinweisen, die Medizinstudenten sind sehr, sehr wichtig, dass man in der Notfallmedizin was weiterbringt. Sie sind wichtig, dass man zukünftige Notärzte hat. Und als du Jahreszahlen gesagt hast, weiß keiner mehr, nein, der Stefan wird es noch wissen, unser Ärztekammerpräsident war ja Anfang der 90er Jahre Fachschaftsvorsitzender. Und die Initiative, dass überhaupt einmal in der damals neuen Studienordnung, jetzt schon eine uralten Studienordnung, nach dem Erste-Hilfe-Praktikum eine Vorlesung Notfallmedizin, zuerst als Freifach, dann als Wahlfach stattgefunden hat, ist ja durchaus auf studentische Initiative damals aus der Fachschaft Medizin gekommen. Und es ist schön, dass die Medizinstudenten nach wie vor in Innsbruck besonders aktiv sind und sich als Igni zusammengeschlossen haben und uns auch hier in dieser Netzwerkstatt sehr, sehr unterstützen. Netzwerkstatt heißt, wir netzwerken zusammen. Es freut mich auch, dass wirklich viele, die zu dem Netzwerk gehören, da sind. Der Rettungsdienst Tirol, vertreten durch den Geschäftsführer der RT GmbH, Andreas Kahl. Notarzt ist nie alleine tätig. Wer glaubt, Notarzt ist irgendwie ein Alleinunterhalter? Nein, wir sind unbedingt nur dann stark, wenn wir im Team arbeiten. Team, Leitstelle Tirol gehört natürlich auch unbedingt dazu. Rettungsdienst, Leitstelle, Notarztdienst, das gehört zusammen. Nur gemeinsam arbeiten wir richtig. Und natürlich gibt es auch andere Organisationen, die in ihren Spezialbereichen mit uns zusammenarbeiten. Und wichtig sind, Bergrettung. Markus Isser ist da. Und das Land Tirol ist für uns natürlich erstens Auftraggeber, zweitens Ansprechpartner. Freut mich, dass die Frau Dr. Appeldorn aus der Abteilung Krankenanstalten, aus der Direktion für Gesundheit da ist. Die für unsere Ansprechpartner ist, wenn es um medizinisch-fachlichen, Juristen haben wir genug in der Landesregierung, aber medizinisch-fachliche Ansprechpartner, da bist du für uns einfach wirklich wichtig. Und danke, dass du da bist. Ich glaube, ich habe jetzt alle genannt. Danke, Markus, für die Initiative. Nur einmal Netzwerkstatt, dass das nicht von oben herabkommt, sondern aus der Klinik heraus, dass man sagt, wir machen mehr miteinander. Wir schauen, dass wir da eine lang wirksame Fortbildungsreihe machen. Ich glaube, das war deine Idee, gemeinsam mit Armin Größbacher. Super, freut mich sehr. Bin ich gern bereit, das weiter zu unterstützen. Und ich bin immer dabei. Danke. Ja. Die vielen Organisationen der Präklinik seien genannt worden, aber natürlich hört es nicht auf an der Tür des Krankenhauses. Und so bin ich auch total froh, dass viele, viele Gesichter auch dann von der innerklinischen Notfallmedizin, auch von den verschiedenen Notfallambulanzen heute hier da sein. Und ich glaube, auch da hinein soll sich unser Netzwerk spannen. Vielleicht noch einmal weiter gedacht, sogar bis hinaus in Rehabilitationsstrukturen, in Ärztepraxen, in Physiotherapiepraxen. Also ich glaube, dass der Notfallpatient auch natürlich von solchen weitreichenden Netzwerken profitiert. Genug der begrüßenden und einleitenden Worte. Ich darf nun die zwei Kollegen, Herrn Professor Dr. Rohit Arora, Direktor der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie vorstellen und seinen Oberarzt Dr. Maximilian Makovic ebenfalls häufig im Schockraum zu sehen. Und ich bin gespannt. Ich denke, das Polytrauma ist sicherlich eines der komplexesten notfallmedizinischen Bilder, denen wir begegnen können. Und gerade das Polytrauma sollte natürlich, jetzt bildlich gesprochen, in ein sehr, sehr dichtes oder eng gesponnenes Netzwerk hineinfallen, um sein Outcome nach Möglichkeit bestmöglich auszunutzen. Rohit, danke für dein Kommen. Max, danke für dein Kommen. Und wir seien gespannt auf eure Vorträge. Ja, lieber Markus, lieber Adi, danke vielmals für die Einladung. Danke, dass wir hier sein dürfen. Das gibt ja so ein altes Sprichwort. Wenn du weit gehen willst, dann gehe nie alleine. Wenn du schnell gehen willst, dann kannst du alleine gehen. Aber wenn man weit kommen will, und das wollen wir ja alle im Namen unserer Patientinnen und Patienten, dann kann das nicht alleine gehen. Wie Sie hier sehen, es kann nur im Team gehen. Präklinisch, klinisch, dann Reha und so weiter. Das ist ein ganzes Team. Sie sind die Ersten, die den Patienten sehen, bringen ihn und dann geht es ja viel, viel weiter. Das Traumanetzwerk, genau das, in diese Richtung soll das Ganze gehen. Es soll uns zusammenhelfen, dass das Outcome unserer Patientinnen und Patienten deutlich besser werden. Soll ich das nehmen? Und genau in diese Richtung geht dieses Traumanetzwerk. Es ist leider ein Trauerspiel, das Österreich bis jetzt auf Salzburg, sonst und Kärnten mittlerweile, sonst kein einziges Bundesland hat, wo sich das implementieren konnte. Michael Baubin ist da. Wir haben auch früher schon versucht, dieses Traumanetzwerk irgendwie zu installieren, aber es war nicht möglich. Warum es nicht? Es ist immer an der Politik. Bis zum Landhaus sind wir gekommen. Und dann ging das Ganze wieder los. Ja, brauchen wir einen Anschluss an das Traumanetzwerk Deutschland. Und da scheitert es immer wieder. Da gibt es ganz andere Einschlusskriterien. Da ist es juristisch anders. Und so weiter. Und wir sind leider Gottes immer wieder stehen geblieben. Warum wir uns das aber wünschen, Sie sehen das jetzt an der Landkarte von Deutschland, wie viele Traumazentren es eigentlich dort gibt. Und mittlerweile, ich kann jetzt nur von Südbayern berichten, da kenne ich einige von diesen Vorständen und die sind alle heilfroh, dass das so gut funktioniert. Deswegen möchte ich es Ihnen jetzt auch kurz vorstellen. Die meisten kennen das ja schon. Aber gerade für die Jüngeren, warum das so für uns so wichtig ist. Es gibt eben diese vier Stockwerke, vier Phasen. Das wäre die Präklinik, dann der Schockraum und die anschließende Operation, Intensivstation und die Entlassung. Das sind die Sachen, wo wir unser Outcome verbessern können. Und das sind genau die Sachen, die wir brauchen. Dafür, für dieses Traumanetzwerk, gibt es eben diese Versorgungsstufen. Das ist das überregionale Traumazentrum. Das ist das Haus der maximalen Versorgung. Das wären zum Beispiel wir, weil wir hier einfach alles anbieten. Von der Neurochirurgie, von der Gefäßchirurgie, von der plastischen Chirurgie. Und somit bilden wir das da. Das sind auch dann diese Aufnahmekapazitäten erwähnt. Dafür gibt es alles Protokolle. Der ist ganz strikt geführt. Dann kommt das regionale Traumazentrum. Das ist eine umfassende Notfallversorgung. Aber Sie müssen einen Konsiliardienst haben. Kooperation mit der Neurochirurgie, Gefäßchirurgie, Viszeral und die Radiologie. Das heißt, die müssen nicht unbedingt im Haus sein, aber die müssen innerhalb von 20 Minuten, glaube ich, ist es so, dass sie im Haus sein müssten, um dann die Diagnostik durchzuführen und erst zur Versorgung. Die dritte Stufe ist das lokale Traumazentrum. Das ist nur mehr für die Grundversorgung. Die brauchen nur eine Kooperation mit Viszeral, Allgemeinkirurgie und die Radiologie. Und hier ist es dann schon so weit so, dass man auch Teleradiologie im Sinne eines lokalen Traumazentrums akzeptiert und auch sozusagen das zulässt. Mindestanvorsorgung an ein Traumanetzwerk. Da scheitert es jetzt dann auch schon langsam. Das heißt, wir brauchen ein überregionales, zwei regionale und drei lokale. Also da wird es schon sehr knapp, wenn man sich das überlegt, wenn wir sagen, wir brauchen ein Traumanetzwerk Tirol. Und da wird es natürlich auch schon sehr, sehr logistisch, sehr problematisch. Können wir die Mindestanforderungen überhaupt erfüllen? Weil es gibt nicht jedes Haus, was sich zertifizieren lassen will, möchte. Und es will nicht jedes Haus unbedingt zu diesem Traumanetzwerk hinzugehören, weil das verbunden ist, leider Gottes, mit Verantwortung. Das Arbeitszeitgesetz hat es uns auch nicht leicht gemacht. Das macht es natürlich sehr, sehr problematisch, dass die Players sozusagen dann auch wirklich vorhanden sind. Das Trauma können wir uns nicht aussuchen, wann das kommt, wie es kommt und wie gesagt, wie das dann weitergeht. Wenn man ein Traumanetzwerk hat, dann muss man die Patienten auch einschließen. Dafür gibt es das Traumaregister. Das sind jetzt zwei Paar Schuhe, wird immer wieder verwechselt. Man kann zu einem Traumaregister beitreten, ohne dass man in einem Traumanetzwerk ist. Zum Beispiel wäre das bei uns Traumaregister der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie und das wäre dann Südbayern. Aber da gibt es jetzt auch wieder Probleme. Uns wurde es vom Land sozusagen nahegelegt, nicht beizutreten, weil es juristisch natürlich Probleme macht. Wir zum Beispiel brauchen keine Unterschrift, um anonymisierte Daten einschließen zu können. In Deutschland ist das ganz anders. Die brauchen jemals eine Unterschrift, damit man überhaupt die Daten in dieses Register einspeisen kann. Um wen geht das hier? Das sind alle Personen im Schockraum, die einmal eingeliefert sind, die dann anschließend entweder in den OP gebracht werden oder auf eine Intensivstation aufgenommen werden. Das sind die Registerdaten oder aber Voraufnahme an der Intensivstation zum Beispiel verstärken. Qualitätsmanagement, das ist sehr, sehr wichtig. Darum wünschen wir uns das alle schon so sehr, dieses Traumanetzwerk. Dann, es geht um die Überprüfung von Qualitäts- und Versorgungsstandards. Dieses Audit, diese Zertifizierung dieses Traumanetzwerks oder dieses überregionalen Traumazentrums, ist sehr tough, was ich so weiß. Da wird die Putzfrau bis hin zum Portier alle befragt, was sie zum Beispiel bei einem Massenanfall sich verhalten würden, ob sie das können, ob die Patientenangabe funktioniert, ob die Frischverletzten-Akutambulanz funktioniert. Also allein durch diesen Audit können wir unseren Standard deutlich erhöhen, weil wir dann einfach wissen, wo wir nachzuschalten haben, wo wir etwas verbessern müssen. Dann natürlich die Auswertung der Daten. Adi hat es gesagt, als wissenschaftliches Forum ist die Uniklinik natürlich auch angehalten, Wissenschaft zu betreiben. Dann haben wir natürlich das Benchmarking. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Damit können wir unsere Outcomes sehr deutlich verbessern, weil wir wissen, warum hat dieser Patient in einem peripheren Krankenhaus oder ein Tod überlebt und bei uns zum Beispiel nicht. Das ist der Benchmarking. Wie lange dauert der Anfahrtszeit? Wie lange dauert das CD im Schockraum? Wie lange dauert das, bis der eine neurochirurgische OP ist? Oder aber auch nicht. Das sind so Sachen, die dann wirklich uns mit uns, mit kooperativ, dass sie uns einfach wettbewerbsfähig machen. Verbesserungspotenziale können identifiziert werden. Wir können die Zusammenarbeit fördern. Davon reden wir immer, Markus, immer mehr. Warum sollten wir das machen? Wir könnten dann mit den regionalen und lokalen Traumazentren viel besser miteinander kommunizieren. Versuchen Sie einmal, fünf Unfallchirurgen auf den Tisch zu kriegen, die sich nicht in den Schädel einschlagen. Das ist schon sehr selten. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man wirklich alle zusammenbringt auf den Tisch und sagt, okay, wir haben einen Auftrag. Der Auftrag lautet vom Land. Wir müssen ein Traumanetzwerk implementieren und wir haben die Möglichkeit, das zu machen. Und natürlich unsere Klinik. Alle Daten, die eingespeist werden, kriegen jährlich einen Jahresbericht. Das heißt, wir haben alle die präklinischen Daten. Wie lange hat das gedauert? Davon sind wir natürlich von Ihnen abhängig. Der Max wird es nochmals erzählen, warum das so wichtig ist, das zu machen. Das zum Beispiel ist so ein Jahresbericht von der DGU. Da sehen Sie stumpfes Trauma, Alter, den ISS-Score über 15, Schädelhirntrauma und so weiter. Sie können das alles herausfriegen. Da kriegt man jedes Jahr einen Bericht. Extra natürlich auch für die Anästhesie und Intensivmedizin, geschlossen mit der Traumatologie. Publikationen, Sie sehen das leider Gottes von uns aus sehr wenige, weil wir eben diese Registerdaten nicht haben. Für uns ist das immer mehr mit einem Aufbau verbunden, wenn wir diese Daten eingeben müssen. Markus hat mich gebeten, auch ein paar Fälle zu zeigen, warum dieses Traumanetzwerk so wichtig ist. Das ist so ein kurzer Fall. Ich weiß schon, das sind zum Teil schockierende Bilder, aber das ist nun mal so. Sie können sich das ja auch nicht aussuchen, zu welchem Notfall Sie gerufen werden. Das war jetzt vor kurzem ein Fall, der über uns herumgegeistert ist, in den Schockraum liefern. Ja, nein, Hubschrauber kann nicht landen. Monau hat gesagt, Sie haben kein Transplantationsteam. Salzburg hat das abgelehnt. Und dann ist das eigentlich ein süddeutscher Patient. Und ja, Innsbruck. Also landen wir in Innsbruck, da kennen wir, da haben wir die plastische Chirurgie, Handchirurgie ist relativ bekannt. Wir landen in Innsbruck. Jetzt stellt sich die Frage wirklich, wer würde denn sagen, dass man das jetzt in einem Universitätskrankenhaus der maximalen Versorgung liefern muss? Rein gefühlsmäßig. Sie sind jetzt vor Ort, Sie sind Notärztinnen und Notärzte, kommen daher, wer sagt das? Das ist gerade die Hand hoch. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sehr weniger. Auch erfahrenere Kolleginnen und Kollegen. Jetzt ist die erste Frage, ja was ist denn, was soll man denn replantieren? Und so schaut das Amputat aus. Den hat es den Finger einfach hineingefressen und das ist das Amputat. Allein da stellt sich schon die Frage, ist das überhaupt replantierbar? Das zum Beispiel ist ganz eine andere Entität. Übrigens, der Patient wurde dann wirklich nur mehr mit einem Stumpf gebildet. Wir haben jetzt letzte Woche die Indikationen für die Amputationen festgelegt, der oberen Extremität, was muss man, was gehört, replantiert laut den Guidelines. Und zwei Finger, Endglieder, auf keinen Fall. Das ist zu langer großer Ausfall vom Berufsleben, die Finger sind eher steif, funktionelle Finger, kalt, Wärmegefühle bei uns und wir kennen genug Patienten, die das dann eigentlich bereuen, dass man 20 Stunden lang oder 16, je nachdem, wie Wasser amputiert ist, replantiert. Das ist schon ganz was anderes. Den haben Sie jetzt gefunden, schaut jetzt von oben, von Dorsal her relativ unspektakulär aus, aber wenn Sie die Hand umdrehen, da ist schon was anders. Das wäre zum Beispiel ein Traumanetzwerk, da würden wir, es gibt ja mittlerweile so und so, dass man auch datenschutzkonform Bilder schicken kann vom Unfallort und dann den überregionales Traumazentrum fragen kann, gehört das zu euch, gehört das in ein regionales oder ein lokales Traumazentrum. Wer kann das versorgen, wer muss das versorgen? Weil eines ist klar, wenn das Traumanetzwerk implementiert ist, dann haben die anderen Zentren auch Aufgaben zu erfüllen. Dann ist es nicht mehr möglich, dass man sagt, ja heute geht mein CD nicht, heute ist der Radiologe nicht da, heute haben wir kein WLAN, wir fliegen weiter, das geht dann nicht mehr. Das zum Beispiel ist eindeutig, klar, das gehört in ein überregionales Traumazentrum. Warum? Da geht es nicht mehr um den Erhalt der Finger oder der Funktionswiederherstellung, sondern da geht es um viel, viel mehr, dass man die erwartende Sepsis kontrolliert, dass man gewissermaßen eine Funktionshand herstellt. So was zum Beispiel. Eindeutig ein klarer Fall für das Überregionale. Warum? Weil alle vier Finger weg sind. Das heißt, dieser Patient hätte dann keine Grifffunktion mehr. Wir haben dann, die Amputate waren dabei, wir konnten dann den Mittelfinger und den Zeigefinger so replantieren, dass er zumindest was greifen konnte. Auch das ist ganz klar. Unterschenkel. Offen. Wer fährt denn in ein überregionales Zentrum? Man sieht die Fragmente, man sieht die Knochen. Ganz ehrlich, ist ja nur eine Frage, hat ja keine Konsequenz. Markus, sogar du. Ja? Warum? Ist nicht gefährdet von der Durchblutung. Man sieht es unten dann, wir haben dann auch ein AngioCT durchgeführt, allein diagnostisch halber, die Durchblutung war nie eine Frage, nie ein Problem. Warum muss so ein drittgradig offener Unterschenkel in ein überregionales Zentrum? Wir nehmen ihn natürlich sehr gerne. Wir sind ja ausgebildet dafür. Wir freuen uns ja, je komplexer, umso besser. Aber von den Guidelines her, im Sinne von Traumanetzwerk, müsste so eine Verletzung, wo die Durchblutung nie gefährdet ist, nicht in ein überregionales Traumazentrum. Warum nicht? Ganz einfach zu erklären. Erstens, was machen wir mit dem? Wir tun ihn auch nur stabilisieren. Das heißt, wir machen einen Fixateur extern, wir stabilisieren das Ganze, wir lassen die Knochenfragmente dort und erst im Verlauf, das heißt am dritten bis fünften Tag, gehen wir in die Rekonstruktion hinein. Das ist natürlich klar. Das ist unsere Hauptaufgabe. Dafür sind wir da. Aber es könnte genauso gut so ein peripheres Krankenhaus, ein regionales Zentrum, die Erstbehandlung machen. Das heißt, ein Fixateur aufbauen, eine Kunsthaut anlegen und dann sagen, so, wir transferieren diesen Patienten koordiniert, ausgemacht, stabil, sauber, mit Antibiose, ohne Stress, schicken wir den zu einem Versorgungshaus, wo wir den Patienten ausversorgen, so ist das Ganze ausgehellt. Zurzeit müssen wir uns irgendwie deklarieren, in welche Richtung wir wollen, damit die Politik sagt, nicht in das DGU, das heißt, wir dürfen uns nicht in Südbayern, wir müssen uns in Salzburg orientieren, wir brauchen einen zugeordneten Netzwerk, da ist der Professor Völkl, der Wolfgang, der das Ganze koordiniert und sehr mittlerweile etabliert hat. Wir wünschen uns sehr viel von diesem Traumanetzwerk, die Bezirkskrankenhäuser, wie gesagt, wir glauben auch, dass wir dann miteinander viel besser kommunizieren und im Moment hängen wir eben bei den ganzen Überlegungen. Wir haben hohe Erwartungen, wir könnten uns das auch sehr gut vorstellen, die Frau Professor hat das vorher erwähnt, die Pandemie hat uns einiges gezeigt, wir werden online überall in die ganze Welt hinaus gestrahlt, dann kann man auch vom Unfallort einmal datenkonform, das muss man natürlich machen, WhatsApp ist nicht gültig, soviel ich weiß, dann muss man datenkonform, datenschutzkonform ein Foto schicken, sagen, so, wohin, wann fliege ich, wohin fliege ich. Dann natürlich auch dieser geplante Interhospitaltransfer, bessere Kommunikation zwischen Notärzten und Klinik, das ist ja immer wieder auch eine Schaltstelle vor dem Schockraum, damit wir unsere Patientinnen besser behandeln können. Das ist zum Beispiel, so läuft es im Moment, die Stühle stehen irgendwo, alle haben zwar eine Freude, man kann sich irgendwo am Strand Platz nehmen, man hört das Meer rauschen, aber so ungefähr stellen wir uns das vor, wenn das Traumanetzwerk irgendwie implementiert wurde. Danke vielmals. Ja, schönen guten Abend auch von mir, ich bin der Maximilian Makowicz, bin Facharzt an der Universitätsklinik für Orthopädie und Traumatologie und ich darf euch ergänzend noch ein paar Eindrücke, Daten, Abläufe zu Schockraum, zu Traumaregister und Traumanetzwerk sein. Ganz kurz zum Inhalt von meinem Vortrag, es geht da ein bisschen um die Vorstellung des Schockraum Innsbrucks, dann ganz kurz zu den gängigen oder wichtigen Indikationen für eine Schockraumeinlieferung, ich darf ganz kurz das Schockraum-Team vorstellen, ein paar Fallzahlen zum Schockraum Innsbruck, das Traumaregister noch einmal durchgehen und was das Ganze als Ausblick für die Zukunft bedeutet. Wer noch nie im Schockraum Innsbruck war, da ganz kurz einmal ein Foto, das ist der Schockraum 1 mit Radiologie, mit komplett anästhesiologischem Equipment, Medikamenten, Ultraschall, das ist der Schockraum 2, der ist direkt daneben mit gleicher Ausstattung und direkt anschließend an die beiden Schockräume ein CD mit etwa 2 Meter Abstand. Schockraumindikationen, das sind die Indikationen, wie sie wir einmal, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ich glaube 2018 einmal für die SOB des Schockraumes zusammengefasst haben. Es sind traumatisierte Patienten mit einem Schockgeschehen aus einem systolischen Blutdruck unter 100, penetrierende Verletzungen am Körperstamm, Schussverletzungen am Körperstamm, GCS von unter 9, nach Trauma, intubationspflichtige Patienten, nach einem Trauma, Frakturen von mehr als 2 langen Röhrenknochen, beziehungsweise sprich da rumpfnahe Knochen, aber ein Unterschenkel oder ein Unterschenkel und ein Oberschenkel sollte angedacht in den Schockraum kommen. Instabile Toraxverletzungen, instabile Beckenverletzungen, da muss jetzt nicht jede geriatrische Beckenverletzung hin, aber doch eine Hochenergiebeckenverletzung sollte in den Schockraum gebracht werden. Amputationsverletzungen und da zwar proximal von Händen und Füßen, also proximal der Hand und Sprunggelenke, Wirbelsäulenverletzungen mit Querschnittssymptomatiken, offenen Schädeln, Hirntraumata, Verbrennungen über 20 Grad mit über 2b, Stürze aus über 3 Meter Höhe, dann Verkehrsunfälle mit Verdacht auf einfach eine Hochenergie, auf ein Hochenergietrauma und natürlich Übernahme aus anderen Kliniken. Das Schockraum-Team in Innsbruck besteht primär aus einem Oberarzt-Facharzt für Unfallchirurgie und oder Orthopädie und Traumatologie, einem Oberarzt-Facharzt der Anästhesie und einem Oberarzt-Facharzt der Radiologie, entsprechende Unterstützung durch Assistenzärzte und das jeweilige Pflegepersonal. Je nach Bedarf entweder schon direkt bei klarer Präklinik, wenn der Notarzt das zum Beispiel schon anfordert oder nach begonnener oder durchgeführter Diagnostik, wenn dann Ärzte anderer Kliniken zum Beispiel Neurochirurgie, Allgemeinkirurgie, Gefäßchirurgie etc. hinzugeführt. Ganz ein paar Zahlen zu unserem Schockraum und zwar diese Zahlen haben wir jetzt in der Vorbereitung auf den Vortrag aus dem KISS herausgebracht. Das sind Gesamtzahlen, Patientinnen, die insgesamt seit 2018 behandelt wurden, sind und dann in der zweite Balken zeigt dann diese Patienten, die dann als Hauptdiagnose im ICD-10 mit einer S- oder T-Diagnose, sprich einer Traumatologischen Diagnose versehen worden sind. Da ganz interessant zu sehen, man sieht an den Zahlen zwar schon den Rückgang in der Pandemie, allerdings weniger wie vielleicht erwartet und das, was auch noch ganz interessant ist, die nicht-traumatologischen Patienten, die über unseren Schockraum behandelt worden sind, sind aber in den letzten vier Jahren immer um 250 und haben sich da gar nicht verändert. Wohin gehen die Patienten aus dem Schockraum? Das sind normal die großen Balken, die Gesamtzahlen der zweite Balken, das sind die Patienten, die nach Schockraum Abklärung auf einer Normalstation aufgenommen werden und der Türkise Balken zeigt die Patienten, welche nach Schockraum Abklärung auf einer Intensivstation oder IMCU, sprich das sind auch Observationsstationen aufgenommen werden. Sind interessante Zahlen, allerdings wären andere Fragen sicher auch noch interessant. Lasst sich herausfinden, wie viele Patienten oder wie viele dieser Patienten waren Monoverletzt, wie viele dieser Patienten hatten wirklich ein Polytrauma, kann man das auch nach einer Körperregion zum Beispiel auftrennen, nach gängigen Polytraumaschlüssel dem ISS und lassen sich aus diesen Zahlen einzelne Maßnahmen evaluieren, sprich lässt sich herausfinden, ob ein schwerbeckenverletzter Patient ein Beckengut präklinisch gehabt hat oder nicht. Das sind alles Fragen, die zur Qualitätssicherung und auch zur Wissenschaft wichtig sind. Aktuell aus den Daten, aus dem Krankenhaus Informationssystem, also aus dem KIS, nur sehr schwer herauszufinden und mit extrem viel Arbeit herauszufinden. Mit Hilfe eines Trauma Registers, wo diese Daten eingegeben worden sind und automatisch abfragbar sind, wären aber solche Fragen auf jeden Fall zu beantworten. Ganz kurz zur Übergabe im Schockraum, dann nur ganz kurz, weil das ist dann Teil des nächsten Vortrages. So stellen wir uns in den in den SOPs in etwa die Aufstellung bei der Übergabe vor. Was sich gezeigt hat, ist, dass mit standardisierten Übergaben nach einem Bogen, nach einem Schema viel weniger vergessen wurde, die Information wesentlich schneller ankommt. Aber da wird der nächste Vortrag sicher noch mehr dazu sein. Das ist eine Wiederholung, das hat der Professor Aurora schon angesprochen, welche Patienten in dieses Traumaregister überhaupt eingeschlossen werden. Es sind alle Patienten, die zumindest mit Lebenszeichen im Schockraum ankommen, die im Schockraum behandelt werden und im Anschluss an eine Intensivstation IMCU oder direkt in den Operationssaal kommen. Mit Ausnahme von Patienten, die versterben, sind im aktuellen Vorgehen müssen die Patienten eine Einverständnisklärung unterzeichnen. Wir halten uns da einfach an die Vorgaben des deutschen Traumaregisters, die das einfach fordern. Das wäre nach österreichischem fassbar. Präklinische Maßnahmen und Daten, da halten wir uns an die erhobenen Daten eigentlich aus dem Notarztprotokoll. Was wurde dann operiert, was bzw. wie hat sich der Patient im Schockraum präsentiert, was wurde im Schockraum durchgeführt, sehr viele Laborwerte auch und Zeiten, wie lange hat es zum Beispiel eben gebraucht von Einlieferung bzw. vom Trauma, bis der Patient ein CT erhalten hat. Dann ganz kurz eben, was operiert wurde, wie viel Konserven zum Beispiel auch der Patient erhalten hat, wie viele Gerinnungsfaktoren, welche Gerinnungsfaktoren und dann im Vorletzten, was hat der Patient auf der Intensivstation noch bekommen, wie hat das Labor bei Intensivaufnahme ausgeschaut, welche Organsysteme waren betroffen, welche Organsysteme sind zum Beispiel auch ausgefallen und abschließend werden dann alle Diagnosen nach AIS erfasst. Ganz kurz noch mal als Wiederholung dieser präklinischen Daten für das Traumaregister, weil wir da bei der Erhebung der Daten einfach so sehr auf eure Mitarbeit, also die Mitarbeit des Rettungsdienstes und der Notärzte angewiesen sind. Da auch noch einmal eine Bitte, dass diese Notarztprotokolle einfach sehr ausführlich oder so ausführlich, wie es nur geht, ausgefüllt werden sollen, was für uns auch wichtig sind, was oft nicht so drinnen steht, sind Zeiten. Der GCS, auf den darf ich noch einmal verweisen, der einfach ein sehr wichtiges im Schädel-Hirn-Trauma insgesamt ein sehr wichtiges prognostischen Wert hat, aber eben auch für das Register einfach wichtig ist. und die vom Notarzt, vom Rettungsdienst durchgeführten Maßnahmen. Der Professor Rohr hat es davor schon angesprochen, gewisse Maßnahmen dienen als Qualitätspredikatoren, zum Beispiel der Beckengurt beim schweren Beckentrauma. Wenn das dann nicht dokumentiert worden ist und bei uns dann im Schockraumaufnahmeprotokoll dokumentiert worden ist, dann ist er nicht verwendet worden. Und das spiegelt dann einfach die Qualität nicht wider, die wir eigentlich gewohnt sind. Das Traumaregister liefert, wie gesagt, Daten für Wissenschaft, aber eben auch für die Qualitätssicherung in der Patientenversorgung. Das Traumaregister ist eine Notwendigkeit für uns in der Zertifizierung zum überregionalen Traumazentrum. Es wird gefordert, dass man pro Jahr über 40 Patienten mit einem ISS von über 16 einschließen. Noch abschließend noch ein paar Gedanken zur Qualitätssicherung, die wir uns auch gemacht haben, beziehungsweise die auch eben in dieser Zertifizierung gefordert sind und das ist Ausbildung. Wir beginnen vermutlich im Herbst mit einem Ausbildung Trainingsprogramm für unsere Assistenzärzte, aber auch für unsere Fach- und Oberärzte. Das beinhaltet ein Skills-Training, zum Beispiel nochmal das standardisierte Erlernen von einer Bühler-Drainagen-Anleitung für unsere Assistenzärzte und einem Szenario-Simulationstraining für das gesamte Team. Im ersten Schritt werden das Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal unserer Abteilung sein. Im weiteren Ausbau wird es aber durchaus angedacht und von uns gewünscht, dass das gemeinsam auch mit Präklinik und Anästhesie stattfinden soll. Für die Rezertifizierung zum Traumazentrum wird es dann auch notwendig sein, Sie als Notärzte zu befragen, Sie zur Zusammenarbeit mit uns zu befragen, also kritisch zu befragen, sowie auch die Leitstelle zu befragen. Wie genau das ausschauen wird, vermutlich anhand von so einem Fragebogen wie in die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie vorschlägt, ist noch nicht ganz klar. Ziel soll auf jeden Fall sein, die Präklinik stärker einzubringen und stärker auch an uns zu binden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für Fragen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Amen. Ich hätte gleich eine Frage und zwar ihr habt ja beide angesprochen, dass es seitens der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie durchaus Vorgaben gibt, Vorstellungen, was in einen Schockraum gehört, was vor allem in der Schwerpunkthaus gehört. Seht ihr das als Möglichkeit, das als Kliniker nach außen zu vermitteln, was ihr euch da genau wünschen würdet? Und dann darf ich gleich in die Ecke Leitstelle RD schauen, seht ihr eine Möglichkeit, das so zu implementieren in unseren Systemen? Ich denke jetzt an den KPC, dass ich draufklicken kann, irgendwo Schockraum, ja, nein, dass ich das direkt vor Ort für mich noch einmal durchgehen kann, muss ich diesen Patienten in einen Schockraum bringen, muss ich den nach Innsbruck fahren oder fliegen oder kann ich das ins Peripherium machen? Ja, ich habe eher eine Liste mit diesen Indikationen, für einen Schockraum sind das die Indikationen, das sind jetzt nicht unbedingt die Indikationen, Uniklinik muss man auch dazu sagen, also es ist durchaus möglich, dass man einen Patienten mit einem beidseitigen Oberschenkelbruch in den Schockraum im Krankenhaus Zams bringt, wenn er sonst nichts hat, aber es sollte einfach jemand, der so schwer verletzt sein, da sollte man alert sein, ob der nicht mehr hat und im Zweifel sind wir natürlich als letzte Anlaufstelle für Tirol da und wollen das ja auch sein, also das ist sicher nicht falsch zu verstehen, wir wollen aber verhindern, dass Patienten, die bei uns auf eine Operation warten, dann zum Beispiel nicht dran kommen, weil wir einfach im Schockraum gebunden sind mit einem Patienten, der war sehr wohl in einem anderen Krankenhaus zumindest einmal anbehandelt hätte werden können. Ich tue mich wahrscheinlich nur draußen als Notarzt einfach ein bisschen leichter mit dem Gewissen und so, wenn ich klar habe, die Uniklinik würde sich wünschen, den zu bekommen, dann rentiert sich, den weiterzufahren oder vor allem das Gegenteil zu sagen, aus Sicht der Uniklinik ist es nicht nötig, den amputierten Finger nach Innsbruck zu fahren und wenn das von eurer Seite aus quasi als Empfehlung es gäbe, daten wir uns oder IMI zumindest als Notarzt leichter. Bei uns weiß nicht ob die alle wissen, die Logistik sobald ein Schockraum angekündigt ist, ist es ja oft so, wenn die OP nicht schon läuft, dann wird ja mal alles gestoppt, weil wir wissen ja nicht was kommt und genau das tut uns dann halt weh, wenn dann solche zwei Finger kommen oder etwas, wo man dann sagt, wir haben eineinhalb Stunden, eine Stunde, zwei Stunden, je nachdem wie lange die Anfahrt dauert, verloren. Somit ist der OP leer gestanden, ist ja klar und dann bekommen wir etwas, wo wir in der Zeit hätten etwas oder jemanden versorgen können, der unsere Hilfe mehr gebraucht hätte. Ein Oberschenkel, ein Unterschenkel, das hätten wir woanders auch machen können und das ist das, was wir uns, natürlich ist das möglich, aber dafür müssten wir uns alle mal an einem Tisch setzen, es gibt ja Guidelines, es ist ja nicht so, dass wir aus der Hüfte rausschießen würden, das hätten wir gern und das andere nicht, sondern es gibt ja richtige Guidelines und die müssten wir uns einfach einmal zusammensetzen, festlegen und das dann auch nach außen hin transportieren. Noch Fragen aus dem Auditorium? Sonst darf ich von Dr. Weibel-Uschi eine Frage an euch weiterleiten und zwar ist es manchmal wohl so, dass trotz Anforderungen durch den Notarzt andere Fachdisziplinen gerne im Schockraum zu haben, das nicht immer funktioniert. Gibt es vielleicht aus eurer Sicht hier Triggerwörter, die euch gleich die Beiziehung eines Neurochirurgen, eines Thoraxchirurgen oder sonstiger Fachrichtungen so quasi in den Kopf kommen lassen, dass man sagt, okay, jetzt brauche ich den auch gleich dazu? Also wenn der Notarzt berichtet von einem Patienten, den er gerade bei GCS3 intubiert hat und mit einem Verdacht auf verschädelte Hirndtraum zu uns bringt, dann rufe ich schon gerne mal den Neurochirurgen schon davor an, dass die Bescheid wissen. Okay, möglicherweise glaubt ihr, dass wir hier so einen quasi Indikationskatalog für besondere Notfälle brauchen, würde uns sowas weiterhelfen. Im Chat haben doch einige Notärzte das Gefühl, dass ihnen hier nicht immer Gehör geschenkt wird, wenn sie sagen, das Messer steckt in der Brust und sie kommen dann und es ist kein Thoraxchirurg oder Herzchirurg im Schockraum. Ich kann mich jetzt selber an so einen Fall nicht erinnern. Penetrierende Körperstammfall, Verletzung, der von seinen Vitalparametern stabil ist, der braucht ein CT, das können wir mit den Radiologen durchaus einmal machen und dann je nach Bildgebung den Kollegen dazuholen. Eine instabil penetrierende Thoraxverletzung haben wir jetzt Gott sei Dank in den letzten Jahren nie gehabt, den kann man aber so anmelden und dann würden, glaube ich, wir durchaus sofort den Herzchirurgen dazuholen. Es ist doch eine viel bessere Situation in Österreich, dass Notfallpatienten im Nachhinein aufgeklärt werden können. Warum sollte man genau diese sperrige Vorschrift von Deutschland übernehmen? Wie wird überhaupt ein Patient eingeschlossen, wenn er intubiert in den Schockraum kommt? Die Patienten werden im Nachhinein eingeschlossen und zwar sobald sie aufklärbar sind irgendwo. Also sind ich und zwei Assistentinnen, die da die Arbeit machen, wir kriegen eine Liste und schauen uns diese Patienten an und sobald sie aufklärbar sind, manchmal sind sie noch auf der Intensivstation, meistens sind sie dann schon auf Normalstation, wird mit denen geredet und dann sind, ich würde mal verstanden da mitzumachen und dann unterschreiben sie das auch. Wir halten uns aber einfach an die Vorgaben der DGU, die das fordern, weil diese Daten ja in Deutschland verarbeitet werden und die sind der Rechtsmeinung, dass das auch bei uns einfach nach deutschem Recht die Patienten aufgeklärt werden müssen. In einem österreichischen Traumregister wäre das vielleicht nicht mehr notwendig. Armin, danke. Eigentlich ist es eine Antwort auf eine Frage, die doch ein bisschen angenehmer vorhin gestellt worden ist, vom Armin an uns an die Rettungsdienst GmbH und da geht es um die Frage, ob wir so etwas wie ein Indikationskatalog auch nach außen hin kommunizieren würden. Das würden wir sehr wohl gerne machen, aber die Erfahrung hat uns gezeigt und da hoffen wir sehr auf die Zukunft, auf die Vernetzung zwischen Klinik und peripheren Krankenhäuser, dass eben die peripheren Krankenhäuser sich da ganz eng abstimmen mit der Klinik Innsbruck, weil die Erfahrung unserer Rettungsdienste gezeigt hat, dass wir sehr häufig versuchen, ein peripheres Krankenhaus mit nicht zwingend Klinik Innsbruck erforderlichen Patienten anzufahren und dann eben von dem peripheren und vielleicht aus dieser Erfahrung heraus schon, wenn wir uns nicht ganz sicher sein, ob das jetzt wirklich was für die Klinik oder für den Schockraum wäre, im Zweifel lieber direkt die Klinik anfahren, um dem Patienten diesen Umweg zu ersparen. Also was ich konkret sagen will, ist, wir unterstützen das sehr gerne, wenn wir es schaffen, dass sich alle an die gleichen Regeln halten, sage ich jetzt einmal. Also dass wir nicht dann einmal nehmen wir den Patienten, ich rede jetzt vom peripheren Krankenhaus und dann nehmen den Patienten, ich glaube sie haben eine beidseitige Oberschenkelfraktur angesprochen, einmal nehmen und einmal nehmen nicht. Also wenn wir es schaffen und da würden wir als Rettungsdienst natürlich auch gerne unseren Teil zur Beitrag dass wir das standardisieren dann sagen ja gern machen wir das gerne . Aber wie Sie schon gesagt haben Wir haben damals mit mehreren zusammengesessen und mit dem Axel auch in Corona Zeit das war wie organisieren wir unseren Schockraum mit Positiven und so nicht und dann haben wir ein paar Leute gefragt warum fährt sie ja immer lieber Innsbruck an und dann sagen sie ja da kommen wir nach Hause das sind halt so die kennen die ganzen Abläufe die sind immer willkommen die wissen wen sie kommen und das muss man natürlich auch berücksichtigen und das gehört ja auch dazu es soll ja auch so sein soll ja nicht ein gegeneinander sein aber es wäre gut wenn es heißt okay beidseitige Oberschenkel könnte extern versorgt werden und wenn es nicht geht dann sind wir immer da ja Dann noch eine letzte Frage aus dem Chat, dann gehen wir mit dem nächsten Vortrag weiter. Besteht die Möglichkeit bei schlechter Verfügbarkeit eines Notarztes einen Patienten auch ohne Notarzt durch den Rettungsdienst in einen Schockraum zu bringen beziehungsweise anzumelden? Natürlich, wenn man keinen Notarzt verfügbar hat, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit für den Rettungsdienst unseren Schockraum anzufahren. Wir bitten halt trotzdem um eine strukturierte Anmeldung, weil es bringt nichts, wenn die im Schockraum stehen und wir wissen nichts davon. Und natürlich, ja. Ja, Dankeschön für den ersten spannenden, wirklich eigentlich fächerübergreifenden Vortrag, wie wir jetzt gesehen haben. Und wir gehen jetzt weiter und Konrad Lorenz, den wir alle, glaube ich, kennen, hat einmal gesagt, dass gedacht nicht gesagt ist, gesagt nicht gehört ist, gehört nicht verstanden ist und verstanden noch lange nicht ausgeführt. Also Kommunikation scheint doch ein bisschen was komplexeres zu sein und ob uns da eine strukturierte Kommunikation im Sinne einer strukturierten Patientenübergabe weiterhilft oder ob sie eher nur lästig ist, das wird uns jetzt der Armin näher ausführen. Armin selber ist Anästhesist an der Klinik für Anästhesie und Rettungsarzt bei der Rettung Innsbruck und selber als Notarzt tätig. Ja, Markus, vielen, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren und liebe Mitstreiterinnen in der Notfallmedizin, wir haben uns, wo wir uns das erste Mal zusammengesetzt haben und das Programm für den heutigen Abend überlegt haben, versucht ein Thema zu finden, das jeden und jede, die auch nur irgendwie mit der Notfallmedizin zu tun hat, häufig trifft und sind auch sehr schnell auf das Thema kommender Übergabe. Wir haben es heute schon von den Kollegen der Unfallchirurgie gehört, das ist jedes Mal ein Thema und das ist wirklich jedes Mal und für jeden Patienten, egal wie kritisch oder unkritisch, einfach ein Thema und deswegen möchten wir uns mit der aktuellen Frage beschäftigen, diese immer mehr aufpoppenden, standardisierten Übergabeschemata, die ja immer mehr werden, bringt das eigentlich was oder macht das eigentlich mehr Arbeit? Die erste Frage ist einmal, wie häufig ist für einen Patienten denn eine Übergabe? Und der alte Rettungsdienstler wird sagen, naja, wenn ich ihn angebe. Die Situation ist in Wirklichkeit aber wesentlich komplexer. Ich habe für diesen einen Standard-Rettungsdienst-Patienten ja schon deutlich mehr Übergaben, weil ich für jeden einzelnen Patienten, für jede Patientin mindestens noch einen Player habe, nämlich die Leitstelle, die sowohl den Erstkontakt mit dem Patienten hat und mir dann ja eine Form der Übergabe, nämlich die Alarmierung gibt. Und dann habe ich, je nach Patient und je nach Ablauf innerhalb des Einsatzes, zum Teil wieder eine Übergabe im Sinne der Voranmeldung im Krankenhaus, die danach wieder über die Leitstelle Tirol im Krankenhaus ankommt. Und natürlich, das bleibt ja weiterhin meine persönliche Übergabe, die ich vom Rettungsdienst in das Krankenhaus machen muss. Und jetzt reden wir nur von einem Standard-Rettungsdienstlichen Patienten. Jetzt habe ich ihn doch einen gewissen Prozentsatz der Fälle ja auch noch eine zweite Berufsgruppe, nämlich die Notarztin mit eingebunden. Und auch hier jedes Mal wieder in jedem einzelnen Schritt die Leitstelle Tirol dazwischen. Und wir alle wissen, wie zum Teil interessant solche Meldungen sein können, weil natürlich überall, wo Menschen beteiligt sind, passieren auch zum Teil interessante Sachen. Und wir wissen auch, dass diese Übergaben manchmal sehr gut funktionieren. Wir wissen, dass wir manchmal sehr genau wissen, wozu wir hinfahren. Und wir wissen halt auch, dass wir manchmal nicht genau wissen, wohin wir fahren und sich die Situation vor Ort dann durchaus anders darstellt. Also diese Übergabesituation in jedem Notarzteinsatz hochkomplex, vom Sanitäter, der Sanitäterin zum Notarzt, zur Notarztin, in der Regel übergibt, aber dann der die Ärztin im Krankenhaus, der den Patienten aber wesentlich kürzer kennt als der Rettungsdienst zum Teil. Und dann die ersten 10, 15 Minuten des rettungsdienstlichen Einsatzes entweder untergeht oder halt in einer sehr komprimierten Form im Stille-Post-Prinzip ins Krankenhaus weiter übergeben wird. Also für jeden einzelnen Notarzteinsatz schon eine hochkomplexe Sache. Und da fangen wir noch gar nicht an, damit zu reden, was unsere Partnerorganisationen noch mit einbringen. Die Feuerwehr, die Bergrettung, die Wasserrettung, alles medizinische Organisationen, die allerdings auf etwas sehr anderes Wert legen wahrscheinlich innerhalb dieses Einsatzes. Und schaffe ich es wirklich, von der Bergrettung über den Rettungsdienst zum Notarzt ins Krankenhaus dabei mit eingeschaltet, mindestens viermal die Leitstelle Tirol, die Informationen, die ursprünglich einmal gesagt wurden, wirklich bis in die Klinik weiterzugeben? Ich glaube nicht, dass das so ohne irgendein System wirklich funktionieren kann. Und dann reden wir ständig vom Krankenhaus. Das ist nicht ein Mensch. Das Krankenhaus besteht natürlich aus einer Reihe von verschiedenen Fachdisziplinen, die alle wieder völlig unterschiedliche Dinge brauchen. Da reden wir jetzt vom Aufnahmepflegenden, da reden wir von dem Aufnahmearzt unterschiedlicher Fachrichtungen. Da geht es dann weiter auf Operationssäle, auf Intensivstationen. Na, was glaubt es denn, was der Intensivmediziner noch von dieser ersten Übergabe von der Bergrettung auf dem Rettungsdienst mitkriegt? Wenn überhaupt, dann wahrscheinlich Blödsinn. Also hochkomplexes System. Im Übrigen, der Intensivmediziner, die Intensivmedizinerin sind unter Umständen hochinteressiert an die ersten paar Minuten des Einsatzes, wo der Patient vielleicht noch wach gewesen ist. Was hat denn der abgestürzte Patient am Berg wirklich noch bewegt, als er noch wach war, bevor er das Bewusstsein verloren hat, bevor er den Notarztin intubiert hat? Eine hochrelevante Frage. Dem Rettungsdienstmitarbeiter, der jetzt gerade einen intubierten Patienten übernimmt, aber vielleicht wurscht, weil in seinem eigenen Bild jetzt nicht der große Fokus ist. Und da kommen wir jetzt zu einem genau spannenden Bild. Was ist denn eine vollständige Übergabe überhaupt? Ist diese, was soll ich insgesamt alles übergeben? Ist das für jeden Patienten und jede Situation immer gleich? und das Spannende ist es für jede Profession und für jede Disziplin eigentlich gleich? Und das müssen wir uns einmal überlegen alle zusammen, dass jeder, der ein Glied in dieser Kette Notfallmedizin ist, seinen, ihren eigenen Fokus wo ganz anders hin legt. Der Rettungsdienstmitarbeiter, der über Jahre jetzt mit diesem ABCDE-Schema getrimmt wird und versucht auch seine Übergabe zum Beispiel danach zu strukturieren. Dem Notarzt ist das aber völlig wurscht, weil wir sind Ärzte, wir müssen Diagnosen stellen und der sagt mir die Diagnose nicht, der beschreibt sie nur wie lästig. Weiter, die Leitstelle interessiert sich peripher für die Diagnose von dem Patienten, die wollen wissen, wohin vorstehen und wann kommt dort an und hat der Antubus oder hat der Korn und ich denke mir, das ist ja völlig wurscht, der hat D&D-Diagnose. Wir gehen mit völlig verschiedenen Vorstellungen von was wichtig ist ins Rennen und vom Krankenhaus brauchen wir gar nicht reden. Ist euch einmal aufgefallen, dass das Erste, was die Unfallpflegekraft am Patienten fragt, ist die, haben sie eine E-Card oder wissen sie die Sozialversicherungsnummer? Hey, ich als Notarzt denke mir, bist du angrennt? Das ist doch völlig unwichtig. Wenn man allerdings weiß, wie das System weiter funktioniert und dass man ohne die Patientendaten ein CT nicht anmelden kann, dass sie ein Blut nicht ausschreiben kann, dann wird einem vielleicht klar, wie unfassbar wichtig diese Frage eigentlich ist, weil ich ohne Patientendaten einfach nicht weiter komme und mit XY aus irgendwo her zu arbeiten, macht es wesentlich komplizierter. Also diese Frage ist aus der Perspektive der Pflegekraft der extrem relevante, nur aus meiner halt nicht. Und da gibt es überhaupt so spannende Informationen, die den Anästhesisten interessieren, ist der Patient nüchtern? Der ist doch völlig irrelevant, sagt Partner, fragt sich vielleicht der Rettungsdienst. Für uns als Anästhesisten aber eine hochrelevante Frage, ist der Patient nüchtern oder nicht? Also ihr seht es, einfach nur das zu übergeben, was mir persönlich wichtig vorkommt, das führt nicht weit, weil ganz viele Professionen da mit dabei sind und Fragen haben, die ich mir wahrscheinlich überhaupt nicht gestellt habe. Was ist jetzt also mit diesen Übergabeschema da? Da gibt es einmal prinzipiell wahnsinnig viele. Eine schnelle Recherche habe mich zum Beispiel auf ein Übergabeschema gebracht, das sich Isobar nennt. Identifikation, Situation, Observationen, Background, da wechseln wir die Sprache, auch schon spannend, Aufgaben und Rückfragen. Gibt es natürlich. Das finde ich auch ganz nett, Baum. Bestand, Anamnese, Untersuchung und Maßnahmen. Klassische Übergabe nach ABCDE-Schema, so wie es ja der Rettungsdienst gerne verwendet. Übergabe nach Mist, das finde ich auch ganz lustig. Mechanism, Injury, Symptoms and Treatment. Übergabe nach S-Bar. Das möchte ich kurz eingehen, weil es doch das im deutschsprachigen Raum immerhin verbreiteste Übergabeschema ist. Situation, Background, also Hintergrund, Assessment, Analysen und Behandlung und Recommendation. Spannend, dass eine englische Abkürzung im Deutschen so verbreitet ist. Ein sehr oberflächliches Schema, muss man sagen, besteht prinzipiell nur aus vier Punkten und innerhalb dieser vier Punkte, wenn ihr mal da lasst, was da steht, sind schon sehr viele Zwischeninformationen drin. Und jetzt die Frage, komme ich weiter mit einem vier Punkte bestehenden Übergabeschema? Ich persönlich glaube, dass das ein bisschen sehr oberflächlich ist. Einfach nur zu sagen, ich beginne mit Situation und muss dabei aber nicht nur die ganzen Daten des Patienten sagen, sondern auch das Leitsymptom, die Verdachtsdiagnose, das scheint mir sehr viel für einen Buchstaben zu sein. Und so zieht sich dieses S-BAR-Schema weiter. Ich möchte aber jetzt auf eine detaillierte Version dieses S-BAR-Schemas kurz eingehen. Das ist ein Selbstversuch quasi, ein Übergabeschema, das momentan noch in Ausarbeitung ist, das habe ich auf unserer Klinik gemeinsam mit dem Kollegen Sascha Reisic entwickelt, auf Basis dieses S-BAR-Systems ein Übergabeschema von dem Anästhesisten, der Anästhesistin auf eine Intensiv- oder Aufwachstation. Sie sehen S-B-A-R, das ist so weit drinnen, aber hier in einem sehr detailliert ausgearbeiteten Schema. Wir gehen jetzt also wirklich, da steht jetzt Klorname und Alter, da steht jetzt die Diagnose, das Problem, was hat der für Operation gehabt. Im Assessment haben wir neben allgemeinen Sachen auch hier nochmal das ABCDE-Schema drinnen und bei Recommendations jetzt ganz genaue Vorgaben, was möchten die chirurgischen Partner zu diesen Patienten haben, was möchten wir als Anästhesisten Patienten haben, was steht noch aus, Schmerzdienst und so weiter und einen Abschluss mit Fragen. Sehr detailliert, klar natürlich auf ein sehr spezielles Feld bezogen, damit wird es im Rettungsdienst nicht weit kommen, aber nachdem wir das erstellt haben, nachdem ich mich also doch viele Stunden mit dem Thema Übergabe und Struktur beschäftigt habe, habe ich mir das ausgedruckt und in die Manteltasche gesteckt und bin ohne dieses Schema in der Hand auf unsere Aufwach- und Intensivstationen gegangen und habe fast einen Monat lang im Nachhinein dann nachgeschaut, was habe ich jetzt übergeben, nach meinem doch jetzt dann sechs Jahre Erfahrung übergeben Prinzip, jeder hat sich schon mal was überlegt, auch jeder von euch, die irgendwie mit Patientenübergaben zu tun haben, für sicher irgendwas im Kopf, so hatte auch ich das, wie übergebe ich einen Patienten auf der Aufwach- oder Intensivstation, habe ich so gemacht wie immer und unmittelbar Kartele da aus der Hand und schaue einmal nach, habe ich eigentlich alles gesagt. Insgesamt ist mir das in 25% der Fälle gelungen, zunehmend am Ende dieses Monats noch nicht, wenn es dauernd liest, dann geht es dann irgendwann. Jetzt kann man noch sagen, liest das einmal, ein Standard Unfallchirurgischer Handpatient, Langsmasken, Narkose, braucht vielleicht nicht so eine detaillierte Übergabe, also vielleicht muss ich gar nicht alles übergeben. Aber es ist mir, und das ist schon interessant, nur in 60% der Fälle gelungen, das zu übergeben, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, zu übergeben. Also ich wollte eh schon einiges weglassen, weil es unwichtig ist für diesen Patienten, aber trotzdem ist es nur knapp mehr als in der Hälfte aller Fälle gelungen, das zu sagen, was ich eigentlich wollte. Und doch immerhin in 20% aller Fälle habe ich so etwas Wichtiges vergessen, dass ich nochmal umgedraht habe und zurück auf die Auffacher Intensivstation gegangen bin, um Ihnen genau das noch zu sagen. Und das jetzt als jemand, der sich so etwas ausgedacht hat. Man sieht also, wenn mein Ziel ist, das zu übergeben, was ich eigentlich übergeben soll, dann bin ich mittlerweile schon davon überzeugt, dass es nicht um eine strukturierte Übergabe, es führt keinen Weg daran vorbei. Klar kann ich Übergaben auch ohne Struktur machen, das machen wir ja aus eigener Struktur, vielleicht ist es so richtig, das machen wir ja doch schon sehr lange, aber es gelingt mir nicht, alles zu sagen, was ich sagen will. Vielleicht sind viele von euch im Raum da besser, ich bin es auf jeden Fall nicht und werde für mich auch so ein Schema in der weiteren Zukunft verwenden wollen. Und über ein Thema zu dem haben wir ja noch gar Panik redet. Wenn wir nochmal zurückdenken an diese verschiedenen Vorstellungen, die sich alle Fachrichtungen und Professionen zueinander geben, der wartet auf etwas ganz Spezielles. Wenn ich in den Schockraum komme und einen Patienten habe, der ein Wirbelsäulentrauma hat, nachher wartet der Unfallchirurg ganz massiv auf die Frage, kann der bewegen oder nicht. Das ist in deren Vorstellung, glaube ich jetzt, das unterstelle ich euch jetzt einfach, eine ganz essentielle Frage. Für mich als Anästhesist, der den Patienten übernimmt, ist das aber eher wurscht. In erster Linie will ich wissen, schnauft der, sättigt der, hat der Kreislauf. Und jeder versucht halt innerhalb dieser Übergabe zuerst einmal seine Fragen loszuwerden. Was ist mit dem jetzt? Wenn ich als Übernehmer aber weiß, der Kollege verwendet ein Schema und ich kenne das Schema und ich weiß, das kommt da vor in diesem Schema, dann kann ich schon sehr entspannt in die Übergabe gehen, weil ich weiß, er sagt es ja eh gleich. Also auch als Übernehmer tue ich mich wesentlich leichter, die Übergabe zur Gänze zu verfolgen, wenn ich dieses Schema kenne und weiß, der sagt es noch. Wenn ich das Schema nicht kenne, weil es vom Notarzt ganz persönlich im Kopf ausgedachte Übergabeprozedur ist, dann wäre ich schon nervös und denke mir, wann sagt er es denn endlich, wann sagt er was hat er jetzt, wie viel hat er jetzt Fenta gespritzt oder hat er jetzt die Fies bewegt. Also auch hier auf der übernehmenden Seite ist ein Schema, das ich kenne, glaube ich, ein ganz großer Vorteil. Mal abgesehen von meinem Selbstversuch, gibt es auch sonst Leute, die sich ein bisschen wissenschaftlicher damit beschäftigt haben. Das Erste zu diesem Thema kommt, wie so häufig aus der Anästhesie. Es gibt natürlich auch noch ältere Arbeiten, aber das ist eine, die durchaus funktioniert. Es gibt ganz große Gesellschaften, in dem Fall die Deutsche Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin, die das S-BAR-Konzept in diesem Fall konkret empfiehlt für Übergaben. Auch Übergaben im Aufwachraum ganz klar empfohlen. Und in den letzten Jahren ist das sogar ein bisschen angekommen in der Präklinik, wo es in durchaus guten Journals Publikationen, Untersuchungen dazu gibt, wie funktionierten dieser Informationstransfer vom Rettungsdienst in das Krankenhaus überhaupt. Da gibt es schon einiges. Zwei von diesen Arbeiten möchte ich euch kurz vorstellen, weil sie ganz spannende Ergebnisse haben. Das ist zwar auf Englisch publiziert, aber eine Arbeit aus Deutschland, in dem Fall aus unter anderem Bonn, die waren da führend dabei, die sagen, sie haben das prospektiv beobachtet. Die haben also doch eine ganze Reihe von Patientinnen eingeschlossen, nämlich 721 Übergaben und haben geschaut, wie ist das gemacht worden und wie vollständig war das Ganze. Da hat es durchaus verschiedene Schema gegeben, Isobar, Mist und Baum, ich finde die immer noch lustig und 99,4% waren nicht vollständig. Das ist schon einmal eine relativ beeindruckende Zahl. Man muss dazu sagen, diese Übergaben, die Übergaben waren jetzt nicht klassisch nach diesem Schema, sondern sie haben das, was übergeben wurde, verglichen mit dem Schema, das dort eigentlich empfohlen wäre. Die haben sogar so was wie ein empfohlenes Schema. Offensichtlich wird es nicht wahnsinnig gut angewendet. Und dann sind schon ganz interessante Sachen dabei, wie das Alter ist nur in der Hälfte der Fälle übergeben worden. Oder das ist etwas, was auch wieder die chirurgischen Partner, auch die, die Qualitätsmanagement Notfalls oder des Unfalls in 37,7% nur übergeben worden. Das ist schon eine sehr relevante Zahl unter Umständen. Etwas besser schreiben sie auch selber, sind die Vitalparameter dokumentiert, vor allem bei Schockraumpatientinnen ist das relativ gut übergeben worden, bei normalen Patientinnen vielleicht eher nicht so gut. Sie kommen auf jeden Fall auf eine sehr interessante Schlussfolgerung, nämlich es must be, es muss also ein Gesamtpaket zur Übergabe geschnürt werden, das mehr ist als ein standardisiertes Zettel. Es macht vielleicht Sinn, so ein Schlüsselwort wie Isobar oder was auch immer zu verwenden, aber es braucht auf jeden Fall eine Ausbildung, eine Information, eine Fortbildung für sämtliche in diesem Prozess involvierten Mitarbeiterinnen und das ist eben nicht nur der Übergeber, das ist ganz entscheidend auch der Übernehmer von dieser Information. Das Ganze noch begleitet von einem Audit, Prozess, da haben wir ja mit unserem Team ärztlicher Leiter Rettungsdienst eine Top-Ansprechadresse für Audits. Das Zweite ist eine Übersichtsarbeit, also eine Review-Arbeit aus Charlottesville, die das gemacht haben, die haben doch relativ viele, 60 insgesamt haben sie an Publikationen mit eingearbeitet, die sich mit dem Thema beschäftigen und sind auf ein ganz interessantes Ergebnis gekommen. Sie haben es ein bisschen geklustert in Probleme. Was sehen sie als Probleme, warum diese Übergaben nicht wirklich gut funktionieren? Das erste Problem, was da aufscheint, ist auch das, was mir immer wieder berichtet wird. Disrespect and Disinterest. Also gerade die SanitäterInnen im Raum sehe ich doch deutlich nicken. Es ist schon oft so, dass das Gefühl aus Sicht der Präklinik entsteht, dass derjenige, diejenige, die das übernimmt, eigentlich nur so mit Arm-Au zuhört, vielleicht sogar relativ aktiv sagt, mit dem Scheiß kannst du mal aufhören. Entschuldigen, die Ausdrucksweise habe ich schon so gehört. Und hier, und das wäre jetzt meine Bitte an alle KlinikerInnen, hört es Ihnen doch zu. Mir ist schon auch klar, dass nicht immer die ganz wichtige Information dabei war. Aber der hat sich jetzt echt bemüht. Die haben den Patienten jetzt so und so viel aufmerksam geschenkt, haben diese ganzen Sachen erhoben, haben eine Sampler-Anamnese erhoben. Okay, wenn es für euch irrelevant ist, wenn er den letzten Stuhlgang gehabt hat, kann ich verstehen, aber der Sanitäter hat diese Information jetzt gerade aufgenommen und würde es ja auch gern und glaube mit ein bisschen Berechtigung auch an den Mann, an die Frau bringen. Und wenn man sich einfach nur die wichtigsten Sachen für sich selber aus dieser Übergabe pickt, ist das absolut okay. Und auch hier wieder, es hilft halt, wenn ich das Schema kenne, das das auch nicht sagt. Weil dann weiß ich schon, wann ich meine Ohren spitzen muss und wann ich das vielleicht nicht so dringend haben muss. Ich finde ein ganz positives Beispiel, ich weiß nicht, ob er da ist, MZA-Schockraum, Frank Hartig hat da für uns als Ärzte immer so eine wohlwollende Atmosphäre geschaffen, du bist hier willkommen, hast den Patienten übergeben, vielen Dank für deine Arbeit, hab noch einen guten Tag. Was der sich dann hinterm Vorhang denkt, okay, das kriege ich dann Gott sei Dank nicht mehr mit, aber als Doktor komme ich da gerne hin, weil ich das Gefühl habe, hier bin ich willkommen und hier werde ich auch ernst genommen. Und das, glaube ich, wünschen sich unsere Sanitäterinnen und Sanitäter auch im täglichen Leben, auf jeder Ambulanz und auf jeder Station. Und dann wäre schon für die Übergabe sehr viel erreicht. Den Rest kommen sie zu den gleichen Schlüssen, wie die meisten Arbeiten, die sich damit beschäftigen. Es braucht einen Standard und es braucht Training, Ausbildung und Evaluation von dem Ganzen. Und dann kann so ein System funktionieren. Ich darf jetzt noch auf die beiden im Rettungsdienst Tirol verwendeten Schema da eingehen. Hier gibt es zwei mit einem gewissen Recht, wie ich finde, nämlich das ABS Briefing und das Par Aviso oder Par Visoir, je nachdem, wie auf der Seite man es sieht. Das ABS Briefing entwickelt auch vom Rettungsdienst Tirol und hat durchaus seine Wellen über ganz Österreich geschlagen, wurde in vielen Rettungsdiensten so versucht zu implementieren, hoffentlich mit einem ähnlichen Erfolg wie in Teilen Tirols. In manchen Teilen hat es vielleicht nicht so gut funktioniert. Gedacht ist das für die Übergabe nicht kritischer Patientinnen an Pflegekräfte im Krankenhaus. Darf ich einmal kurz fragen, wer kennt das? Cool. Es ist schon einmal, Patrick, es ist schon einmal gut. Genau. Es ist einmal angekommen. Wer es verwendet, frage ich jetzt lieber nicht. Aber versucht es euch nochmal im Hinterkopf zu halten, was hat man denn vorher gesagt? Wenn ich weiß, was ich sagen muss und mein Gegenüber weiß, was ich sagen werde, dann macht es das halt einfach viel leichter. Und wenn ich aus diesen Buchstaben nicht jedes Teil im Detail irgendwie runtergehe, wenn ich manche Sachen einfach auslasse, weil sie für diesen Patienten irrelevant sind, ist es ja okay. Aber ich sollte mich in allem, was ich sage, an dieses Schema halten, damit mein Gegenüber das erkennt. Und gleichzeitig, und das ist schon eine Forderung, die okay ist, die Übernehmenden haben auch das Recht, das zu wissen. Unsere Sanis sollen das so machen. Und wenn einer sagt, du Vorerkrankungen, also wenn die Pflegekraft sagt, was hat der für Vorerkrankungen und der weiß das nicht, dann wird er sich für das nächste Mal vielleicht hinter die Ohren schreiben. Also auch im Sinne der Qualitätsverbesserung am Patienten würde das extrem helfen, wenn ihr aus den Krankenhäusern das auch aktiv abfragt. Vielleicht ist sogar mal was dabei, was relevant ist. Gerade aus dem Thema Vorerkrankungen, oder? Das gibt, glaube ich, in jedem Fachgebiet Vorerkrankungen, die hoch relevant sind, aber wenn der Notfall per se jetzt nicht ganz dramatisch ist. Ja, das ist ein Trainingszweck zueinander. Der Rettungsdienst profitiert, wenn ihr das einfordert, und ihr profitiert vielleicht von der Information, wenn sie es ja auch aktiv annimmt. Wie gesagt, prinzipiell gedacht, für den eher weniger kritischen Patienten, ihr seht, da sind sehr viele Begleitinformationen dabei, die jetzt im akutesten Notfall einfach hinten angereiht werden müssen. Und deshalb hat sich, in dem Fall kommt es jetzt der Federführen vom ELAD, für ein anderes Übergabeschema entschieden. Ist das das Beste auf der Welt? Keine Ahnung, aber es ist halt eines, das standardisiert vorgegeben wird. Und wenn wir das leben könnten, würde uns das helfen. Man muss sagen, wenn ihr da so drüber schaut, das ist jetzt nicht ganz besonders detailliert. Wenn man es vergleicht mit meiner Anästhesieübergabe, kommen hier wesentlich weniger ganz konkrete Punkte zum Stande. Warum? Weil wir hier ein riesiges Patientengut abbilden müssen. Es muss also hier wirklich wahnsinnig viel Variabilität geben, weil nicht alle unsere Patientinnen auch nur ungefähr dasselbe brauchen. Wenn wir uns das kurz anschauen, das Erste wäre die ruhige Atmosphäre im Raum zu schaffen, Patient bleibt auf der Rettungstrage. So wäre es gedacht, auch im Schockraum natürlich. Patient wird nach der Übergabe umgelagert. Die einzige Ausnahme wäre natürlich eine hochinstabile Situation, braucht man gar nicht reden. Beide Teams komplett Leader identifiziert, das ist in manchen Schockräumen auch nicht immer ganz einfach. Aktives Zuhören, kein Arbeiten am Patient. Auch da die Bitte, liebe Pfleger, ich weiß, wie wichtig auch die Daten vor allem sind, um weiterzukommen. Aber wenn wir uns diese paar Sekunden zur Übergabe gönnen, führt das einfach zu einer wesentlich ruhigeren Atmosphäre im Raum. Sie kommen nämlich eh jetzt. Ihr seht, das allererste, Patientendaten. Auch der Rettungsdienst hat das verstanden. Das ist für das Krankenhaus eine hochrelevante Information. Art des Notfalls, Verletzungen, Verdachtsdiagnosen, E-Intubation, das ist jetzt sehr weit gegriffen, es geht natürlich um alle erweiterten Maßnahmen, die getroffen wurden. S-Symptome, was hat er aber vor allem hier ganz dick drein, Red Flags, wissen wir, es gibt für alle möglichen einzelnen Krankheitsbilder ein paar ganz spezielle Symptome, bei denen man unbedingt dran denken muss. Die Schmerzen zwischen den Schulterblättern, der Blutdruckdifferenz auf den beiden Armen, da müssen unsere Alarmglocken klingeln. Das gehört hier nochmal extra heraus. Beim A und R noch zwei ganz wichtige Punkte, der Ansprechpartner, Kontaktdatenangehörige, wie oft wir das auch als Rückmeldung kriegen, hast du keine Telefonnummer von der Frau. Denke jetzt gerade an die Kollegen der Neurologie, die sowas immer extrem interessant finden, mal abgesehen davon von der Weiterversorgung natürlich, hat der für einen Hausarzt, wer ist der Notarzt, kann ich den vielleicht nochmal erreichen, das wäre ja nicht ganz schlecht. Sämtliche Nefs, die den K-Hubschrauber haben, haben Diensttelefone. Ich muss ja nicht meine Privatnummer hergeben. Ich kann eine Telefonnummer hergeben und der die nächsten paar Stunden, weil ich noch Dienst habe, erreichbar sein werde. Das kann oft auch helfen aus der Klinik raus. Und dann das R, etwas, wo wir uns alle ein bisschen an der Nase nehmen müssen, mich inklusive, ein Readback, die wichtigsten Informationen noch einmal wiederholen, um sicher zu gehen, dass ich das Wichtigste verstanden habe, dass ich nicht irgendwo in dem Stress etwas Fehl gehört, habe und vielleicht auch für mich selber, um rauszufinden, Moment, Allergien, weiß ich nicht, hat er vielleicht gesagt, keine Ahnung, dann muss ich es nochmal aktiv erfragen. Das ist auch für das Lernen, für das Wissen und für das Verstehen eine extrem wichtige Information, Readback. Ihr seht es auf der anderen Seite jeweils noch ein paar Detailinformationen dazu, aber man muss schon sagen, das ist mit Absicht relativ offen gehalten, dass wir sämtliche Notfallpatienten mit diesem System übergeben können. Und wenn ich dann innerhalb meiner Vitalfunktionen jetzt nicht das ABCDE-Schema verwenden möchte, sondern meine Vitalparameter anhand nach irgendwas anderem, das ich halt nicht kenne, weitergeben möchte, dann hat das auch seinen Platz. Ich kann auch innerhalb dieser Maßnahmen-Situation zum Beispiel sowas wie ein S-Baus-Schema machen, das ist absolut okay und ist auch so gedacht. Dieses Paar-Aviso soll einen Rahmen bieten, mit dem ich alle kritischen Notfallpatientinnen eigentlich irgendwie strukturiert übergeben kann. Und auch hier wieder die Bitte an die Übernehmer. Das hat dann Sinn, warum man das in dieser Reihenfolge macht und wenn ihr wisst, die Red Flags kommen, die Symptome kommen, die neurologischen Ausfälle kommen ja noch, dann kann ich mir diesen ersten Teil einfach anhören und für mich als Spezialist, als Spezialistin halt herausfiltern, was will ich davon noch wissen, bis mein eigentliches Thema kommt. Das gibt es übrigens, das wissen vielleicht auch viele als strukturierte Idee der Voranmeldung an die Leitstelle, hier der Andreas Maurer, federführend eingebunden gewesen, nach demselben Prinzip mit ein bisschen anderen Informationen, die strukturierte Voranmeldung über die Leitstelle zu machen, per Telefon, im Idealfall und es sollte, steht sogar die Nummer drauf, es sollte auch seitens des Disponenten so abgefragt werden. Das wäre ja mal die Idee gewesen, dass das nicht immer so einfach ist, der Nefsanitäter, der diese Anforderungen in der Regel macht, hat vielleicht nicht alle diese Informationen, weil er einsatzdeckt taktisch sehr gut mit Aufziehen und Vorbereiten von so Sachen gebunden war. Der, die Notärztin, könnte selbstverständlich diese Anmeldung auch machen, hat häufig natürlich mit der direkten Patientinnenversorgung zu tun. Trotzdem, liebe NefsanitäterInnen, bevor ihr anmeldet, macht euch halt ein Bild über den Patienten. Das lässt sich schon alles erheben und wenn ich ihn in Doktor fragen muss, du, was war jetzt noch mal, hast du da irgendwelche Warnzeichen, soll ich irgendwas Spezielles übergeben? Zum Beispiel, wenn ich jetzt daran denke, die Schmerzen zwischen den Schulterblättern, Blutdruckdifferenz, das werden auch so Klingelworte sein, wenn die bei der Anmeldung bei euch daherkommen, wird man vielleicht doch an den Herz- oder Gefäßchirurgen denken. Ja, also da gehen schon auch Informationen weiter, die durchaus wichtig wären und auch hier natürlich die Leitstelle angehalten, diese Readbacks zu machen. Und dann geht es ja eh weiter in die entsprechenden Kliniken, da kann man jetzt für Innsbruck sagen, das war jetzt wieder der Markus Daller da groß dabei, dass man von diesem Stille-Boss-Prinzip weggegangen ist und das jetzt Ganze auf Text und inklusive ausgedruckt, Schockraumanmeldungen macht. Wir haben zum Teil durchaus interessante Situationen gehabt, dass manche Fachwörter derartig verfremdet wurden, dass es nicht mehr nachvollziehbar war, was damit gemeint war. Jetzt geht es wirklich als geschriebener Text weiter, wird ausgedruckt und wird auch gut alarmiert. Mit solchen Kleinigkeiten kann man oft Großes bewirken. Das Paar-Aviso-System. Für den Rettungsdienst übrigens, wenn es davor gelesen habt, Patientenübergabe des kritisch Kranken ans Krankenhaus, da steht nicht Notarzt. Selbstverständlich kann der Rettungsdienst in Situationen, in denen die Ressource knapp ist, das soll es ja manchmal geben in Tirol, kann der Sanität oder Notfallsanität im Idealfall natürliche an kritisch kranken Patienten selbstständig ins Krankenhaus bringen. Ihr wisst es alle, was unsere Lehrmeinung sagt. Der kritisch Kranke gehört schnellstmöglich einem Arzt an Ärztin zugeführt. Das muss nicht immer der Notarzt sein. Gegenüber in der einen Straßen 22 der Herzinfarkt mit dem Neff-Schönberg als nächstes verfügbares Arztmittel macht es vielleicht Sinn, den über die Straße zu führen. Und dann macht es natürlich auch Sinn, so ein Übergabeschema dem ABS-Schema vorzuziehen. Unter anderem deshalb hat sich auch die AK-Akademie entschlossen, dieses Paar-Aviso in die nächste Schulungsperiode mit einfließen zu lassen. Also ihr alle, Sanitäterinnen und Sanitäter, werdet mit dieser Übergabe ebenfalls noch einmal Kontakt haben. Und zwar schon in Kombination mit beidem. Es wird ABS geben für den richtigen Patienten und es wird Paar-Aviso geben für den richtigen Patienten. Ich glaube, so viel schaffen wir, vor allem, wenn wir wieder so tolle gemachte Karton kriegen. Die gibt es schon für das Paar-Aviso-Schema, ähnlich wie ihr das für das ABS-Schema kennt. Und die Karton sind wie immer so gemacht, dass sie in die Uniform passen, sei es in die alte oder in die futuristische neue. Was bleiben an To-Dos für dieses Thema Übergabe? Wir brauchen die flächendeckende Verbreitung des Paar-Aviso und des ABS-Schemas. ABS war ja jetzt schon hoch begeistert, wie weit das schon zumindest irgendwo angekommen ist. Vielleicht schaffen wir es für das Paar-Aviso-System auch. Das viel Wichtigere, als es zu verbreiten, ist aber die Sinnhaftigkeit, das Verständnis für die Sinnhaftigkeit zu wecken. Diese Schema, da bringen was, das hat einen Vorteil und das müssen alle Beteiligten verstehen. Das wäre super. Und alle Beteiligten sind die Notärztinnen, auch übrigens wir. Unser Berufsstand muss sich beim Thema Übergaben auf der Empfängerseite durchaus einmal an der eigenen Nase nehmen. Genauso wie die meisten anderen, die ich kenne. Der Sanitäter, die Sanitäterin hat sich jetzt schon sehr bemüht, diesen Patienten zu versorgen und wir sollten auch hier die Höflichkeit besitzen, diese Übergabe zur Gänze anzuhören, ein Readback durchzuführen, damit auch klar ist, was wir verstanden haben. Es sind natürlich die Leitstellendisponenten ein ganz wesentlicher Teil von jedem Übergabeprozess und es sind halt alle Mitarbeiterinnen aus den übernehmenden Einrichtungen, sei es Pflege, sei es ärztlich, sei es jeder Teil zum Beispiel eines Schockraumteams. Hier müssen wir diese Info hineinbringen und vor allem, wie gesagt, das Verständnis wecken, das hat dann Sinn, das führt zu einer verbesserten Patientinnenversorgung, weil mehr Informationen dort landen, wo sie hinkören. Und damit darf ich mit einem frommen Wunsch quasi enden. Mein Wunsch wäre, dass jeder Beteiligte in der Versorgungskette das Paar-Avisa- und ABS-System kennt und die Übergabe und Übernahme auf diesem System basiert. Und hier der letzte und wichtigste Teilsatz, Unterwahrung des Hausverstandes. Das ist alles gedacht für Menschen und die sollen das auch so verwenden. Und völlig absurd sinnlose Informationen vorzulesen, das hat überhaupt keinen Sinn. Ihr seid alle Profis, wir sind alle Profis, wir können sehr wohl einschätzen, was ist eine relevante Information und was nicht. Und solange wir den Hausverstand mitverwenden, machen solche Systeme auch Sinn und sind sinnvoller und nicht dumm, wie man es auch manchmal bezeichnet. Und damit darf ich grundsätzlich diesen Vortrag beenden. Die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt. Vor die Fragerei losgeht, muss ich noch ein zweites Geheimnis lüften. Das zweite Passwort für alle, die online zuschauen, ist Werkstatt. Ihr könnt euch an das Erste noch erinnern, das macht in Kombination durchaus Sinn. Armin. Danke für deinen wirklich spritzigen, tollen Vortrag. Du hast es selber gesagt, dass wenn du dir so eine Übergabe von dem Notarzt oder so anhörst, dass doch das ein oder andere dann auch du vergisst. Dann wäre natürlich wichtig, dass man nachfragen kann. Das ist ja in dem Schema vorgesehen. und zwei Fragen eben aus den Chats. Eine sagt eben, dass wahrscheinlich mündliche Übergaben zu Informationsverlust führen und deswegen schlagt die Diana Deckert, Notärztin, auch an der Klinik Hinsburg und am Hubschrauber vor, ob es nicht doch sinnvoll wäre, die Übergabe überhaupt schriftlich zu machen, anhand von einem schriftlichen Schema, das auf der Wand steht, dass da jemand gleich mitschreibt oder sogar im Notarztprotokoll direkt implementiert. wäre das aus deiner Sicht eine Lösung? Absolut. Also gerade das auf der Wand mitschreiben sehen wir im MZA-Schockraum durchaus regelmäßig. Die haben ein System dafür. Allerdings ist es eine Fülle an Übergabeinformationen schwierig, live mitzuschreiben. Ich glaube, dann müsste man sich wahrscheinlich auf eine sehr fokussierte Übergabe von einzelnen Sachen beschränken. Das MZA-Schockraum-Team beschränkt sich ja auch ganz speziell auf einzelne Informationen, insbesondere auf Reanimationssituationen, wo sie das sehr gut vorbereitet haben. Ich stelle mir jetzt schwierig vor, das auf ganz alles zu beziehen. Sehr viel interessanter aus meiner Sicht wäre die schriftliche Übergabe im Sinne von einem vollständigen und guten Notarztprotokoll, das ich wohl eh bei der Übergabe schaffe. Jetzt bin ich in Notarzt in Innsbruck-Stadt mit sehr kurzen Anfahrtswegen. Es gelingt mir meistens, ein fertiges, maschinengeschriebenes Notarztprotokoll abzugeben. Wo mir das nicht gelingt und das, glaube ich, schafft keiner, ist bei einem hochkritischen Patienten, bei dem ich richtig buckeln muss. Da muss ich mich entschuldigen und noch fünf Minuten vor der Tür mein Protokoll fertig machen, bevor ich es abgeben kann. Aber um die Information dauerhaft zu erhalten, bin ich davon überzeugt, dass die Dokumentation wesentlich wichtiger ist als die Übergabe. Und da glaube ich jetzt auch, dass ein NAKAX handgeschriebenes Protokoll, das ich in der Regel sogar als Durchschlag kriege, vielleicht nicht so geeignet ist, Informationen gut aufzubewahren. Und ich glaube schon, dass man das Protokoll, das wir ja alle, auch ihr als Sanitäterinnen, mit viel Mühe in den KPC-Tipps nicht ins Nirvana und zur Leitstelle schicken sollt, sondern dort abgeben, wo es auch weiterkommt. Und so viel Zeit muss sein, meine Doku vor Ort am KPC fertig zu machen, auch meine notarztliche Doku, um danach das Dokument als Zettel abzugeben. Weil das kommt nie, nie im Krankenhaus an. Da kann ich mich noch so bemühen, da eine zu schreiben. Der Einzige, der das jemals lesen wird, ist der Richter im schlechtesten Fall. Ansonsten liest das kein Mensch mehr. Wir haben es noch nicht geschafft, dass das Dokument im Nachhinein irgendwie in eine Patientenakte geht. Das, was in die Patientenakte geht, ist das, was wir vor Ort abgeben. Unser handgeschmiertes NAKAX-Protokoll oder was man vom Rettungsdienst oft in der Akte gescannt findet, ist das Screenshot vom Corpuls 3, wo mit der Hand der Temperatur draufgeschmiert ist. Wird häufig eingescannt, ist über das restliche Leben des Patienten so dann in seinem Dokument gespeichert übrigens, falls das nicht jeder weiß. Ja, wahrscheinlich hinken wir ein bisschen hinten nach, weil wir jetzt zwei Jahre Pandemie gehabt haben. Sonst hat man sicher alles digitalisiert schon. Gut, Fragen aus dem Auditorium, bitte. Den Punkt möchte ich jetzt vielleicht gerade aufgreifen. Ich bin aus Vorarlberg, vorhin Vorarlberg und seit kurzem auch in Tirol und mir ist leider dieses Protokoll ein Graus. Ich finde es extrem schade, dass man aus dieser Maschine, die wir mitführen und mitschleppen, dem Corpuls C3, die eine tolle Maschine ist und wäre, nicht 100% rausholt, was man rausholen kann und auch aus diesem Protokoll, das man ja dann auch in der Hand hätten, das rausholen. Also in Vorarlberg im Vergleich funktioniert es so, ich kann den Corpuls mit dem Protokoll mit Bluetooth verbinden, habe alle Werte live drinnen im Protokoll, habe interaktive Dialoge, die zuerst, bis ich den Patienten im Auto habe, habe ich eigentlich ein rudimentäres Protokoll und schicke das auch per Mail und per Fax in die aufnehmende Ambulanz und alles, was ich dann nicht drinnen habe, schreibe ich nach und sage der Pflege, die Telefonnummer und alles andere kommt mit dem Protokoll, danke, braucht es noch was. Vorarlberg ist uns in manchen Sachen voraus, was den Rettungsdienst angeht, das wissen wir, allerdings nicht so viele Kilometer, wie man glauben mag, die richtigen dafür sitzen herinnen, aber ich weiß, dass das neue KPC, das neue Protokoll schon sehr weit gedungen ist, dass der Corpuls das kann, wissen wir auch, das wäre ja auch mit dem Medical Paton möglich, wenn es denn gut funktionieren würde, also da ist, da sind die Entscheidungsträgerinnen, die ja hier alle im Raum sitzen, dran, das wissen wir und das hätten wir auch gerne, vielleicht ist es nicht allzu fahre in der Zukunft. Der Huber. Ich habe eine Vorschau, das ist ein bisschen schau, das ist ein ganz neues oder ein neues Thema in der Kurs und das ist und es war und das nur auch zu üben, wenn man das aktiviert, dann macht man das nicht. Weitens, die haben halt viele die das macht das schon nicht immer, aber im Einsatz oder noch das beschäftigt, Kinder Danke Thomas, darf ich für die Online-Gäste noch kurz wiederholen. Der Dr. Huber hat eingewandt, dass es erstens dieses Paar-Aviso natürlich jetzt nicht das verbreitetste System für Übergaben ist. Da ist natürlich S-Bad, da ist offensichtlich auch Mist etwas verbreiteter. Und dass es uns allen das Leben leichter machen würde, wenn sämtliche unserer Protokolle, unsere ganze Dokumentation nach so einem Schema aufgebaut wären. Dass ich mir nicht den Schwindelzettel raussuchen muss, sondern dass ich mir halt wirklich ohnehin so, wie ich es aufgeschrieben habe, ich es auch ablesen kann, weil das genau dem entspricht, wie ich es übergeben soll. Kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, ob H-Aviso das Beste ist, das weiß ich nicht, aber Hauptsache es ist so eins, das wir alle kennen, glaube ich. Und ein Aufbau nach einer anderen Struktur macht absolut Sinn. Da bin ich ganz bei dir und ich denke auch, dass wir mit dem neuen Rettungsdienstprotokoll, zumindest mal in Richtung ABCDE-Schema, auf jeden Fall arbeiten müssen, um auch wirklich das den Leuten beizubringen, auch zu machen. Danke, Thomas. Gut, dann noch eine letzte Frage, spannend aus dem Chat. Armin, oft ist es ja so, dass man sich total bemüht hat und eine total lässige Übergabe gemacht hat. Dann geht die Tür vom Schockraum zu, man fährt nach Hause und weiß eigentlich nicht, was hat der Patient jetzt wirklich gehabt. Jetzt eben ein bisschen eine rechtliche Frage. Darf mich das Krankenhaus darüber informieren, was der Patient dann schlussendlich gehabt hat? Wie steht der momentane Stand? Da bin ich, denke ich, der Falsche, um das zu beantworten. Da haben wir genug Experten herinnen, auch die können Stuhl dazu was sagen, wie ist denn das. Der Wunsch, den kann ich nachvollziehen, den hätte ich auch. Ich tue mir natürlich als Krankenhausarzt ein bisschen leichter, die Info zu kriegen, aber für Extern ist das schon sehr unbefriedigend, das verstehe ich. Es ist der Erfahrung nach immer möglich, dass man mit einem persönlichen Gespräch, wo man gerade der betroffene Notarzt war, dann die Informationen bekommt. Es ist nicht möglich strukturiert, das allgemein über alle Patienten den Stützpunkt zukommen zu lassen. Der Professor Baubin ist da auch schon seit Jahren dran. Es wird diskutiert, es wird sogar diskutiert, ob man das im Rettungsgesetz, im Tiroler Rettungsgesetz ändern kann. Und Michael, magst du dazu ein paar Sachen sagen? Danke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch in Richtung Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung, Lerneffekt und so weiter. Ich schätze mal, dass ich an dem Thema jetzt 15 Jahre dran war. Viel weiter kommen sie immer nicht. Eines hängt, woran es besonders hängt, und das ist der Vergleich zum Beispiel zu England. In England arbeitet das gesamte Gesundheitspersonal bei einem Arbeitgeber. National Health Trust, und damit sind sie in einem Verbund, und damit haben sie das Recht, auf alle Daten einzuschauen. Das ist in unseren Ländern, in Mitteleuropa nicht der Fall. Das sind verschiedene Arbeitgeber, und dadurch, dass es verschiedene Arbeitgeber sind, gibt es eine Datenschutzgrundverordnung EU, die das aushebelt. Punkt. Aber diese Datenschutzgrundverordnung wiederum kann man auch aushebeln. Und das haben wir in Tirol noch nicht geschafft. Deutschland hat das in zwei oder drei Bundesländern mittlerweile geschafft, durch neue Rettungsdienstgesetze, die wiederum genau diesen Passus in dieses Gesetz reingebaut haben. Und wenn es dann im Gesetz drin ist, in einem Ländergesetz drin ist, dann würde es wieder gehen. Und das ist der einzige Weg. Wir haben alle möglichen anderen Wege versucht, dass es kollektiv und halbwegs anonymisiert und so weiter an eine Person nur gehen würde, sei es der Adi, sei es wer auch immer. Selbst das führt zu nichts. Der einzige Weg könnte der sein, das Rettungsdienstgesetz des Landes Tirols diesbezüglich bei einer nächsten Sache so zu ändern, wie es in zwei oder drei Bundesländern, ich habe es nicht genau im Kopf, ich glaube, Hessen und Rheinland-Pfalz dort gelungen ist. Also gehen wir heute mit einem Wunsch nach Hause, dass wir also in Zukunft unsere persönliche Qualitätssicherung über das erfragen, was hat denn der Patient gehabt, hoffentlich dann in einigen Jahren dieses Problem gelöst haben. Gut, ich darf jetzt abschließend noch ein paar Gedanken euch auf den Weg geben. In der Vorbereitung auf den heutigen Tag ist mir Altbundeskanzler Helmut Schmidt, für viele von euch sicher ein Begriff, auf den Bildschirm gehüpft und er hat einmal gesagt, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen und hat dabei wohl Traumbilder oder Druckbilder gemeint oder hoffe ich zumindest, dass er die damit gemeint hat. Wir als Netzwerkstatt Notfallmedizin Theol haben aber eine Vision. Der momentane Iststand, so ein kleines bisschen glaube ich, ist es heute schon zum Tragen gekommen, ist so, dass wir eine Menge an total interessierten Leuten an der Notfallmedizin sind. Wir sind in verschiedenen Strukturen tätig, in verschiedenen Rettungsorganisationen, mit verschiedenen Schnittstellen befasst und wir alle bilden uns fort. Wir alle schauen, dass wir up to date bleiben, aber manchmal glaube ich, ist es oder wäre es wirklich an der Zeit und das soll die Vision oder unsere Vision sein, dass Notfallmedizin von allen und für alle möglich ist. Und ich habe noch einen kleinen Nebensatz darunter geschrieben, in Kontext zukünftiger gesellschaftlicher, politischer und klimatischer Herausforderungen. Was hat das jetzt und Gottes Willen das Klima damit zu tun? Kommt noch. Netzwerk soll so ausschauen, das Netz kann noch wachsen. Viele von euch aus diesen Bereichen sitzen heute da. Ich glaube, wir sind heute gut gestartet und haben schon gespürt, was Netzwerk sein kann. Und was es aus meiner Sicht so wichtig ist, Tirol ist speziell. Tirol ist sehr regional und wir haben und brauchen deswegen auch eine besondere Notfallmedizin. Wir schaffen es mit unseren 800.000 ständig in Tirol lebenden Einwohnern innerhalb von weniger Wochen, wenn es dann Richtung der Weihnachtsferien geht, unsere Bevölkerung auf 1,2 Millionen zu steigern. Also ein Drittel der Bevölkerung innerhalb weniger Tage schnellt nach oben. Wir haben unglaublich lange Täler und wir haben vor allen Dingen nur ca. 10% Dauersiedlungsraum. Das heißt, 90% potenziell zumindest unserer Verunfallten oder Erkrankten könnten sich auch in diesem Raum, Wald, Gebirge und Almen befinden. Und im Winter, wenn man auf die Skipisten schaut, dann glaube ich, wisst ihr, von was ich rede. Und was auch uns so besonders macht, alles ist nicht immer gut. Und zwar so die politische Steuerung ist halt teilweise schon von Landwirtschaftlichen, Industriellen und teilweise oder vor allen Dingen auch im touristischen Kontext gesteuert. Und das wirkt sich natürlich auch teilweise auch auf uns, auf die Notfallmedizin aus. Bisschen Geschichte. 1907 wurde in Innsbruck die erste Rettungsabteilung der Freiwilligen Feuerwehr implementiert. Und aus dem heraus hat sich dann in weiterer Folge dann der Rettungsdienst über ganz Tirol ausgeweitet und wurde zu dem, was wir heute kennen. Und ganz interessant, einige Jahre vorher hat die Wiener Rettungsgesellschaft versucht, auch in Innsbruck Fuß zu fassen und hat hier sehr, sehr viel Geld investiert in Pferdewagen, ganz modern zu dieser Zeit, ist aber daran dann gescheitert, dass das Personal so schlecht ausgebildet war. Und da sieht man wieder einmal, dass das auch schon vor 150 Jahren circa Thema war, dass man nicht nur mit gutem Material unterwegs sein muss, sondern dass vor allen Dingen der Mensch, der gut ausgebildete Mensch, gute Rettung machen kann. Heute stehen wir da. Heute stehen wir wohl vor dem dicht gestricktesten Netz an Notarztstützpunkten. Wir haben in der Hochsaison im Winter insgesamt 14 Notarzteinsatzwagen im Betrieb, eigentlich das ganze Jahr und eben an Spitzentagen oder in der Hochsaison zusätzlich noch 16 Notarzthubschrauber. Der siebzehnte steht in den Startlöchern und zusätzlich noch acht niedergelassene Notärzte. Wir müssen uns, glaube ich, in diesem Kontext fragen, wie lange wir diese Quantität auch qualitativ weiterhin so hoch halten können. Schaffen wir es in allen Bereichen, Rettungsdienst, Notärzte, Schnittstellen zu Krankenhäusern etc., diese Qualität auch noch in 5, 10 Jahren aufrecht zu erhalten? Fragezeichen. Irgendwelche neuen Guidelines hier zu präsentieren oder über Netzwerke zu reden, Traumanetzwerke etc., ist nicht so schwierig. Das schafft man. Also neue Guidelines uns allen zu präsentieren, ist nicht das große Problem. Wir haben aber auch als Notfallmedizin, glaube ich, durchaus gesellschaftliche Veränderungen mit im Blick zu haben. Die Polarisierung der Gesellschaft geht zunehmend, schauen wir auf die letzten zwei Jahre der Pandemie zurück, über Radikalismus zu Extremismus, teilweise auch hin zu Terrorismus. Wien hat es uns im November 2021 gezeigt. Also die Gewaltbereitschaft einer gewissen Bevölkerungsgruppe oder eines gewissen Teiles der Gesellschaft ist durchaus gestiegen. Am Freitag, dem 13. Mai hatte ich selber Dienst und wenn ich das vor fünf Jahren hier gesagt hätte, wir müssen uns um Bombendrohungen in einem Tiroler Krankenhaus kümmern, dann hätte mir wahrscheinlich heute jeder von euch den Vogel gezeigt. Aber vor zwei Wochen war es definitiv so, dass im Krankenhaushall, egal jetzt aus welcher Motivation heraus, mit einer Bombe gedroht wurde. Und dass ich nicht von irgendetwas aus der Luft gegriffen ist, spreche dieses Bild hier. Die ÖAMTC-Flugreitung hat sich dazu entschieden, sich ganz klar dazu zu deklarieren, dass wir für eine Impfung einstehen. Und es war definitiv so, dass Impfgegner in Wien dann vor sogenannten Impf-Upschraubern gewarnt haben und sogar Angst gehabt haben, dass sie während der Demonstration über die Kanalisierung geimpft werden. Und das klingt jetzt lustig, aber wenn man natürlich als Rettungsorganisation von einem Teil der Bevölkerung als Feindbild gesehen wird, dann haben wir, glaube ich, große, große Herausforderungen in Zukunft zu bewältigen. Jetzt das Klima und Tourismus. Wie spielt das zusammen? Wir haben zunehmend den Drang als Menschen, auch die bisher nicht erreichbare Natur zu erreichen. Es sind immer mehr Leute draußen im freien Gelände unterwegs und heuer das erste Februarwochenende, wo allein an einem Tag 50 Lawineneinsätze waren, mit teilweise bei einer Lawine sogar fünf tödlich Verschüttete, zeigt es uns, wie hier diese Vorgänge, diese Herausforderungen zusammenspielen. Vor kurzem ein Waldbrand im Außerfern und auch das kann uns natürlich als Rettungsdienste oder gemein oder auch als Gesellschaft natürlich vor große Herausforderungen stellen. Ihr wisst alle noch oder könnt euch sogar an die Bilder von der RAX, von Hirschwang erinnern, wo über Tage riesige Waldflächen gebrannt haben. Und wenn wir solche Bilder auf Tiroler Täler natürlich beziehen, wo unter Umständen eine ganze Talschaft mit vielleicht sogar einem Krankenhaus zu evakuieren wäre, dann wissen wir, vor welchen Herausforderungen wir unter Umständen stehen. Das war letzte Woche in meinem Heimatdorf, wo ich eigentlich herkomme, im Eckental, wo innerhalb weniger Minuten kniehoch Hagelkörner gefallen sind. Und auch so etwas, glaube ich, aus meiner Kindheit kann ich mich an so extreme Situationen nicht erinnern. Personenschäden waren natürlich Gott sei Dank keine zu verzeichnen, aber unter Umständen, wie gesagt, sind genau diese Dinge, die uns als Rettungsorganisationen zukünftig häufiger noch bedrohen. Und da waren jetzt noch ein paar Sachen, die Affenbocken, wohin geht hier die Reise, haben wir jetzt Covid überstanden und müssen uns morgen, übermorgen schon um solche Patienten kümmern. Dann natürlich die furchtbare Flüchtlingsbewegung, ausgelöst durch diesen furchtbaren Konflikt, durch diesen furchtbaren Krieg jetzt in der Ukraine. Auch das hat Auswirkungen auf uns als Gesellschaft, aber auch auf die Notfallmedizin. Es werden uns zunehmend wieder Krankheiten treffen, die wir lange nicht gekannt haben. Sprichwort offene DWC zum Beispiel. Und das vor wenigen Tagen hier in Bad Aborn. Auch das eigentlich undenkbar, dass man in unmittelbarer Nähe, letztes Jahr war es auf der österreichisch-tschechischen Grenze, so schwere Orkane hat, dass es sogar Auto und ganze Hausdächer durch die Luft wirbelt. Das werden auch alles Herausforderungen sein, die wir gemeinsam als Notfallmedizin, als Rettungsorganisationen meistern müssen und können. Und jetzt kommt mir wieder Helmut Schmidt zugute, der 1962 die große Flutkatastrophe in Hamburg geleitet hat. Und eines kann man aus der Biografie ganz genau herauslesen. Er hat es geschafft, sein Netzwerk voll auszunützen. Er kannte Leute in der Bundeswehr, er kannte Leute ganz oben in den wichtigen Stellen, er kannte Leute in der NATO und hat die persönlich angerufen und hat persönlich dann zusammen mit denen diese Flutkatastrophe bewältigt. Und mit den drei Wörtern möchte ich auch meinen Vortrag weitgehend schließen. Und ich glaube, dass diese Netzwerkstatt Notfallmedizin auch dazu da sein kann, dass wir uns kennenlernen und dann in der Krise unsere Köpfe kennen. Damit danke von meiner Seite aus. Noch ein paar Worte zu diesen oder zu diesen Abschlussbildern. Hier seht ihr, das Dia ist relativ voll, hat aber nach oben und nach unten noch sehr, sehr viele Logos Platz. Also, wenn sich jemand, so ein grünes Logo fehlt, zum Beispiel noch, gell Markus? Also, wenn sich jemand hier gerne wiederfinden würde, ihr seid alle herzlich willkommen. Egal aus welcher Rettungsorganisation oder aus welcher Notfallmedizinischer Motivation heraus. Es gibt also noch sehr, sehr viel Platz hier oben. Gut. Jetzt abschließend. Fünf vor sieben, also auch das haben wir geschafft einzuhalten. Ohne ein paar Köpfe wäre das heute nicht möglich gewesen. Und allen voran muss ich dem Jakob Gruber mit seinem Team von der IGNI danken, die aufgrund der Technik heute wirklich die Veranstaltung zu einem Gelingen gebracht haben. Also, Jakob Gruber mit Sebastian Töni, Caroline Wieser und Florian Denk von der Firma Inflex. Vielen, vielen Dank. Sie haben die ganze Arbeit heute kostenlos hier geleistet und wirklich technisch eine Tiptop-Leistung geliefert. Vielen, vielen Dank. Dank möchte ich auch von der Rotkreuz-Akademie Armin Leiminger. Er sollte heute online dabei sein und stellvertretend für David Holzer. Und ganz wichtig auch die Vorarbeit von Peter Hamm, der wie immer die Homepage und auch die ganze Anmeldungsformalität für diese Veranstaltung geleitet hat. Wer sind wir? Wer sind die Initiatoren dieses Netzwerk, dieser Netzwerkstatt Notfallmedizin? Ich darf euch jetzt herausbitten, Armin, da wärst du einmal. Jetzt nicht, um irgendwie uns ins richtige Licht zu stellen oder ins besondere Licht, sondern einfach, da ist sehr, sehr viel Platz. Also, in Zukunft wäre es richtig toll, wenn hier noch einige andere bildlich herausstehen würden. Da ist Manuel Winkler von der IGNI und Patrick Golger von der Rettungsdienst GmbH heraus mit dir. Adolf Schienerl, ärztlicher Leiter Rettungsdienst, stell dich zu uns. Und natürlich unsere gute Haut und ohne die die ganze Anmeldung, die ganzen Unterlagen und, 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 was wir hier alles gebraucht haben, ohne die es nicht gegangen wäre. Agnes, komm auch du heraus. Damit möchte ich jetzt noch, damit wir nicht allzu viel die Zeit überschreiten, noch die Möglichkeit geben, Ideen, Wünsche, Feedback an uns jetzt zu richten oder Fragen, die euch noch auf dem Herzen liegen und die eine oder andere Idee, wie wir in Zukunft gemeinsam Notfallmedizin in Tirol gestalten können. Gibt es noch was? Habt ihr noch was? Lassen wir es pünktlich, oder? Dann, das letzte Bild. Die nächste Vorankündigung, der nächste Winter wird wahrscheinlich kommen. Und wir haben uns jetzt einmal als Vortragsgedanken gesagt, was ich immer schon über Hypothermie und Lawine wissen wollte, aber nie zu fragen wagte. Das Ganze wieder im gleichen Format wie heute. Und nachdem Hypothermie und Lawine natürlich Sache der Bergrettung sind, zum großen Teil, nicht nur, wäre natürlich toll, Markus, direkt die Frage an dich, wenn du und eure Rettungsorganisation hier mit dem ein oder anderen Vortrag uns unter die Arme helfen würdet. Das war jetzt die richtige Antwort. Kommt gut nach Hause, vielen Dank. Und ich hoffe, wir sehen uns alle das nächste Mal wieder. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.